Ja, jetzt sind wir willkommen zu einem weiteren Part Yakuza Zero. Ich glaube, wir sind bereits, ja ich glaube Kapitel 6. Ja, dann gucken wir einfach mal heute, wie wir den Abend abklingen lassen, den lieben Kiryu und Goro und wie weit wir kommen. Deswegen, ich lasse mich heute nicht zu stressen, einfach so ein bisschen durch Kamorosho. Und dann sieht man beide. So. Continue. Wir müssen ja so viele Nebenquests machen und ja, ich mache keine 100%. Das kann man im Privaten sehr, sehr gut machen, aber hier für den Stream 100%. Also wirklich jegliche Nebenmissionen machen. Das ist ja doch zu viel jetzt. Obwohl man sagen muss, das habe ich bei Judgment ja auch gemacht. Also Judgment ist das einzige Yakuza-Game, also ich nenne es mal Yakuza-Game, obwohl das ja eher ein Sequel dazu ist. Wo ich 100% mehr oder weniger gespielt habe. Also wo ich halt Amon besiegt habe. Und hier, ich will jetzt nicht in jedem Yakuza-Teil alle Nebenquests freischalten und das komplette Ability-Feld. Also das muss man sich mal überlegen hier, wie viel Geld ich farmen muss. Eine Milliarde für ein Skill. Nochmal eine Milliarde. Hier. Drei Milliarden. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf Milliarden. Allein für die hintersten Aufgaben. Das ist jetzt nur Kiryu. Goro hat glaube ich 500 Millionen. Hier eine Milliarde. Und ich bin auch nicht mal ansatzweise so weit. Natürlich kommen dann im späteren Verlauf mehr und mehr bessere Chancen oder so, um noch mehr echt zu machen. Das ist halt wirklich so ein Grinding bis zum Geht nicht mehr, bis ganz dahinten. Das ist... Da war ich. Dann muss man sich überlegen, hier die ganzen Business-Sachen gibt es ja auch noch hier. Und hier die ganze Completion-List. Adventure 52 von 79. Battle 47 von 84. Business 6 von 99. Nebenaufgaben 12 von 27. Und Minigames 14 von 85. Ich habe nur 14 Minigames entdeckt. Und insgesamt 85. Ja gut, okay, darunter sind ja... Ah, okay, ja, ja. Easy-Mode, Normal-Mode, Hard-Mode, okay. Ich freue mich mit Haruki an, mit Ayaka und Noriko. Beim Telefon-Club. Okay. Queen of Passion. Das ist in der Disco. Tanzen. Okay, die meisten sind hier die Tänze. Das kriege ich aber nicht hier hin. Das muss ich mit Goro machen. Und hier Pocket Cursed. Ja, nee, das Carrera-Bahn, das kannst du hier vergessen. Also ich muss jetzt nicht auf 100% alles machen. Das, was ich habe, das habe ich. Und wenn nicht, dann halt nicht. Hauptsache ich kann einiges vom Spiel nehmen, aber... So 100%, das ist halt... Bei den Nebenquests ist das eine ganz andere Sucherei, als jetzt bei Witcher. Ich glaube, selbst bei Witcher habe ich nicht komplett alle Nebenquests. Ich habe zwar alle Fragezeichen gemacht, aber alle Nebenquests hier auch nicht wirklich. Weil du kommst halt einfach in so einem kleinen Dürfchen an, da spreche ich eine Person an, dann ist schon Nebenquest getriggert. Ich glaube, ich war nicht in jedem kleinsten Dürfchen, in jeder Ortschaft. Oder wenn man unterwegs auf der Straße oder so jemanden trifft. Die ganzen Pferderinnen habe ich auch nicht gemacht. Okay, das geben wir noch ab. Das ist Maschum. Hält das? Ja, halt ein bisschen, okay. Können wir abgeben. Okay, das macht Heat. Voll blöd. Elf Tools Maximum. Elf in Heat. Affness Infinity. Ah, das bräuchte man halt mehrfach. Okay, das geben wir ab. So. Jungs und Mädels, ich geh mal jetzt hier weg. Ich will nicht weiter im Businesshaus machen. Ach ja. So. Äh. Ausrufezeichen. Also wegen der Nebenquest. Okay. Der ist wegen der Nebenquest. Dann geh ich hier. Zum Pfandler, ja. Weil die ganzen Nebenaufgaben hier triggern, das ist... Ich muss halt dann Herr und Frau Google fragen. Die werden ja nicht einfach ohne weiteres getriggert. Ja, ja, ja. So. So. Speicher nicht vergessen. Und dann lass die Straße hier runter und dann nach links. Oh, ich hab einen Zweiter runter. Zeihung, die Dame. Verkauf ich das? Gibt zwar nicht viel, aber 10.000. Und... Ich lass nochmal bei dir kaufen, mein Lieber. Da haben wir ein X, da haben wir ein XX. Signifikant. Hyperdart für eine Million. Ist das nicht schon? 30 Millionen. Bessere Angel. Sniperdart hab ich nicht. Sonst hätte ich dort... eine Eins bei Owned besitzt. Ja, sieht auch anders aus. Ganz anderes. Aber Dart spiel ich halt eh nicht so... so oft. Killer Bee für 50 Millionen. Ja, das ist... Brauch ich auch nicht. Ich hab ja schon so viele Parts jetzt auf YouTube mit dem Game gemacht. Das kommt halt bald an die anderen Teile da ran. Wenn ich überlege... Judgment und Lost Judgment haben... beide glaube ich... 22 Parts gehabt. Auch nicht gerade wenig. Weil pro Part waren immer so... sechs bis neun Stunden. Oh. Oh. Und das muss jetzt nicht hier bei... bei dem Teil sein. Darf ich es dann finde ich den nochmal. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, äh... wie weit ich da schon bin. Ähm... Kapitel 6. Wie viele Parts hab ich momentan? 12... 12... 13... 13 müsste das sein, glaube ich jetzt. Das müsste der 13. Part sein. Entschuldigung. Ähm... Kauke... Also man kann natürlich überall hier hingehen, aber ich bräuchte wirklich dieses eine Item, wo man... Nebenaufgaben... erkennt direkt. Kann ich hier nicht so wirklich erkennen. Das war ja bei... Iwami so der Vorteil. Wenn man dieses Item hatte... äh... um zu sehen, wo eine Nebenaufgabe auf der Karte trägert. Ja, die bräuchte man mehrfach. Die sind besser sogar als... weil das ist dramatisch, das ist halt... maximales Level. Wo das ja eigentlich schon sehr, sehr gut ist, weil das halt beides macht. Heat Level und den... Health Level. Und das hier macht einfach nur... äh... ja, die Energie. umgehe ich da überhaupt rein. Das ist... eigentlich eine der Läden, wo man... ja... nichts Brauchbares... findet. ist halt... ist halt eher nur für die Freundinnen dort... Um halt Handtaschen etc. zu kaufen, aber... sonst... wirklich Ausrüstungsladen... ist ja nicht, das haben wir ja eher bei dem... äh... bei der Dingszentrale dort. Oh, dieses Building. Kann das einfach nur irgendwo... umhergehen und dann gucken, ob da irgendwo was... nebenaufgabemäßiges geträgert wird. Nö, 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 lass mal. Ach, der Tybin. Hm, hab ich da... Äh... erstmal alle Fragen... hab ich schon. Riku. Hab ich auch schon. Marina. Ja. Ah. Ah. Kriegen wir 5 Millionen. Das ist immerhin... etwas. Ayu. Ah, okay. Hab ich auch nicht abgegeben. Maika und Mio. Okay. Mio hab ich schon. Weil ich das weiß. Ah, es sind noch einige. Mio hab ich schon. Ah. Ah, da fehlen halt noch... Einige Telefonkarten. Ah, da fehlen einige Telefonkarten. Haruki. Hier von... Ayaka fehlt noch die dritte. Riona fehlen noch zwei Stück. Erika. Hier, keine Ahnung. Die Miri. Okay. Einige sind halt nur... eine Hauptstory oder so. Trick aber. Und halt an gewissen Orten. Wo man kommt. Äh... Hab ich aber. Verhalte ich auch. Stehen bleibe. Füllt sich die HP. Jaaaa. Die ist ein bisschen schwierig. Was ich jetzt eigentlich für... Endboss Kämpfe gedacht. So ein... Autophönix. So. Ich kann halt jetzt nicht... Dauerhaft die Hauptstory dort trägern, aber... Es wird halt hier noch nicht... Eine Nebenquest angezeigt, außer die jetzt... Mit dem Business. Er ist alert. So. Wir müssen wieder... Warm werden. Okay. Feuerkreuz. Au. Ja. Glauben wir jetzt mal... Warm werden wieder. Wir müssen wieder ein bisschen länger hier. Boah. Ich merke aber auch, wie viel Energie wir haben. Höheres Kapitel, umso... stärker sind auf die Gegner. Moment. Höher. Hörr. Hörr. Ich bin doch nicht! Ich kann dir nicht ein wenig entsprechen. Aja. Über. Vielleicht triggern hier noch einige, wenn ich irgendwo dran vorbeigehe. Warte mal, ne bei der Ma hab ich schon alles. Ah ok, das war das. Ja, lass euch nicht stören, Jungs. Eine Million. Oh, warte mal, ich hab ja wieder 30 Millionen. Und wieder was pushen. Äh, ich hab schon weg. 30 Millionen. Hab ich. Ne, hier sind noch 30 Millionen. Bei Rush. Ne. Ne. Hier hab ich noch. Drei Sachen. Beast Mode hab ich am wenigsten investiert. Ja, vielleicht Beast Mode mach ich. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Cause you to perform a resist guard, when an enemy attacks during a Rush combo. Dure Fear combo. Oh, attack's. Ok. Hier. Ok, damit die Heat. der Heat-Balken nicht schon runter geht. Reduzierung. Knife-or-Gun-Attacks. Okay. Nehmen wir das für 30 Mille. Was, die man da sammeln muss? Das ist eine Milliarde. Du hast halt drei Skills momentan. Oder kommt noch ein Keter-Skill? Brawler, Rush, Beast? Da müsste noch Dragon kommen. Stimmt. Also bestimmt kommt noch der Dragon, falls ihr den hier lernt. Ey. Böse Buben. Ich muss wieder dran gewöhnen, muss an den Kämpfen. Ich muss wieder dran gewöhnen. Ich nehme mich gerne mit. Ah. Egal wohin hingehen überall Gegner. Okay, Wrestling-Stil, der ist halt sehr, sehr hilfreich. Zieht halt auch richtig viel ab. Das ist kein, kein Metagieren. Ihr.... ... ... ... ... Oh! Ja, die zieht aber auch mehr hier ab. Sei bei. Nichts. Ja, hier muss man sich ein bisschen besser vorbereiten, heilen. Ja, die blauen Tränke, die muss ich halt länger behalten. Marco, dankeschön für die Rage. Wir kommen zu Yakuza Zero. Okay, der muss kotzen. Ich kann keinen Meter gehen, da kommen direkt Gegner. Okay, hier brauche ich mehr Ausweichlevel, da vorne. Warte, wir haben ja erzählt. Mann. Bei Kiwami kann ich doch schön noch Slowmotion Dropkick machen. Wo ist der Bogen? Wo ist der Bogen? Wo ist der Bogen? Telefon. Oh. Mal hier weiter oben. Da kann ich sie schön. Hey Gegner. Den Nieden. Au. Au! Ah, fang! Ja, dieser Wrestling-Stil, der macht halt viel mehr Schaden. Kann ich noch nicht hin? Das reicht erst später. Lass doch mal hier die Kerle in Ruhe. Weil diese Kämpfe, die helfen halt, um halt diese teuren Teller zu bekommen. Also in jeder Kampf müssen Rubin-Teller geben, dann wäre es halt wirklich sehr, sehr hilfreich, Geld zu bekommen anfangs. Oh, man merkt schon hier, nach jedem Kampf bekommt man auch wesentlich mehr Kohle. Oh, hier ist es ja. Hubi. Äh, CP hab ich 11. Muss ich hier auch mal zum Schreien gehen. Ah, Libido. Mr. Libido. Muss ich auch bald voll haben. Spielzeug für Männer. Hm? Nee, 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 nein, ich bin nicht interessiert daran. Nee, nee, nee. Bin ich interessiert an Spielzeug für Männer. Ja. Ich muss immer an Argo denken, wenn ich hier Mr. Libido denke. Das ist für mich jetzt Argo. Nani? Okay. Aber den kann ich auch bestimmt für meine Firma anwerben. Was? Mehr nicht? Okay. Ach, dann halt nicht. Ne, na, alles palätig bei euch? Ja, ja, man lebt, wie man so schön sagt. Die Tage davor... ...kopfschmerzen immer wach geworden. Aber das ist bei mir halt auch psychosomatisch. Ansonsten habe ich mir wieder die Rehle und dann schmeiße ich mir einfach den Stream und gucke einfach wie lange es geht oder wenn es halt eigentlich geht, dann mach ich die Kürze. Also wieder richtig fit. Bin ich halt nicht. Glaub ich auch, wie dir geht's gut. Hast den Wadertag gut überstanden. Ich glaube, hier und da auch mitbekommen, wenn du jetzt bei meinem Bruder oder so im Chat aktiv hast. Drei Millionen gibt ja einer. Sorry, aber ich habe eben gerade nichts verstanden. Was? Ich bin doch am Reden die ganze Zeit. Hä? Hä? Ich bin doch am Reden. Oder spreche ich zu undeutlich? Ich habe jetzt nur gefragt, wie du deinen Vatertag überlebt hast. Ja. Oder die Tage davor. Und was ich natürlich ab und an da auch mitbekam, wenn du jetzt bei meinem Bruder zugeschaut hast und im Chat agiert hast. was das Voice Ding an war CAPIG Hä? Wie das Voice Ding war an? Hä? Ich habe da jetzt keine Meldung. Oh, warte mal, ich muss mal einstellen, dass ich eine Meldung bekomme. Warte mal. Okay, so, jetzt bekomme ich wenigstens... Hä? Welches Voice-Ding? 27. 8.38 Uhr, habe ich gar nicht mehr, ich habe keine Benachrichtigung bekommen. Ich weiß nicht, ob das im Stream angezeigt worden ist. Aber eigentlich müsste er, oder? War noch kurz. Eigenschaften. Cashy aktualisieren. Okay, keine Ahnung, welche Stimme das jetzt war. Wir waren bei Oma und heute bei Tante zu Besuch. Ah, okay. Okidoki. Also, einen schönen Entspannten gehabt. Ja, es freut mich. Ich kann hier wirklich nur überall rumwandern und wirklich eine Nebenquest suchen, ist ein bisschen schwierig. Aber ich gehe hier nochmal zum Schrein rein. Aber ich glaube, mit 11, mit 11 kann ich hier nichts kaufen beim Schrein. Das glaube ich zu wenig. Genau. Okay. Ich zeige ihm die Dame. Ich muss mal hier kurz durch. Ach, hier ist auch noch ein Nebenquest-TV. Wir haben dafür die Ehren unterwegs gesehen mit den Rollerwagen. Ach so, die Väter, die 13-jährigen Väter. Ist ja an Vatertag so, dass dann hier so diese ja, diese Bubis da draußen oder so dort einfach ein Saufen gehen. Weil ist ja beim Muttertag auch so, dass halt die Frauen ein Saufen gehen, gell? Keine Ahnung, das ist irgendwie so, ich glaube in Deutschland normal, dass sie sich denken, also ja, ein Vatertag oder so dort ist halt ein Männertag. Da gehen die alle Saufen. Also es ist egal, ob man halt Vater ist, dann ist es halt ein Männertag, kein Vatertag. Das fand ich irgendwie immer so ganz komisch. Aber ich gehörte ja eh nicht zu so einer Generation oder zu Leuten, wenn sie da irgendwie mit dem Böllerwagen da am Rumsaufen waren oder so dort ist. Keine Ahnung. Da war ich irgendwie nie so der Fan von. Vor allem, wenn man da so 16-jährige Kiddies da sah. Naja. Koini, Dankeschön für den Raid. Und Hallöchen. Ich hoffe, du hattest einen sehr, sehr schönen, entspannten Stream gehabt. So, die Nebenquests mache ich aber hier bei dem. Dankeschön für den ReSup. 22 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Was? Hm? Ah, okay. Jetzt sieht man das erst oben. Okay, weil ich das aktualisiert habe. Okay, okay. Ich muss also immer den Cashy löschen und aktualisieren. Dann könnt ihr es halt auch sehen. Ja, ja. Wir sprachen gerade eben von dem, von dem, ich nenn's immer nicht Volksfest, den, ich schiebe einen Böllerwagen hinter mir her und feiere Vatertag auf, auf meine Weise, dass ich besoffen durch die Stadt ziehe. Gibt's bei euch in der Schweiz bestimmt auch, oder? Entspannt? Nö, aber das Spiel hat trotzdem Süße gemacht. Ja, das, das freut mich. Ist doch schön. War ja so ein, also falls ich das richtig gesehen habe, so ein 2D-Pixel-Plattformer. Äh. Ein bisschen Jump'n'Run. Jump'n'Run-Action-Pixel-Optik. Ja, manchmal machen so welche Spiele halt auch richtig Bock. Das stimmt. Also ich muss bei mir manchmal immer so ein Misch-Masch aus allem haben, aber ja, so ein typischer Pixel-Plattformer, das, äh, kann man zwar auch machen, aber einen will ich halt zum Beispiel nicht dauerhaft machen. Genauso wie jetzt Point-and-Click dauerhaft. Das ist, äh, ja. Ich mag sowas ganz, ganz gerne, wenn man so kombinieren muss, nachdenken muss in Games. Aber ich muss das jetzt nicht immer haben, weil das hier ist ja auch ein, hier würde ich sagen, Yakuza muss man auch nicht wirklich viel nachdenken oder so dort. Äh. Das ist hier und da vielleicht ein Nebenquest, wo du so ein bisschen drüber nachdenken musst. So gewisse Entscheidungen, aber sonst keine wirkliche Auswirkung oder so, dass man dann irgendwie Rätsel lösen muss. Weil hier sind halt eher noch die Kämpfe im Vordergrund und die Hauptstory. Aber deswegen ja da die Frage, wie ist das bei euch in der Schweiz oder so dort mit, mit Böllerwagen und so? Oder gibt's bei euch so Traditions-Vaddertach-Dönsdinger wie bei uns? Oder sagt ihr euch auch oder so? Ja. Natürlich wird an Vatdertach auch gesoffen. Gerade so Kiddies. Also ich konnte es damals irgendwie nie so wirklich verstehen, aber ich habe mich nicht wirklich gewundert. Äh. Wenn das die Männer machen, dann dürfen auch an, am Muttertag die Mädels rausgehen und einen saufen gehen. Sind wir ganz ehrlich, auch wenn die keine Mütter sind. Das ist dann halt eher ein Männertag und ein Frauentag. Nani? Äh. Du kannst auch purchase, sell a repair equipment. A Dragon Tiger Kamurocho. Oh. Kamurocho Equipment Store now open. Das ist ja schön. Das ist... Ich kann Waffen bei ihm kaufen. Was hast du dann für Waffen? Das ist halt dieser Waffenhändler, wo man seine Waffen auch kombinieren kann und reparieren kann. Habe ich mich gefragt, wo einer dort bleibt. Weil davor kann ich meine Waffen noch nicht reparieren, oder? Ich glaube nicht. Bellbuster. 900.000. Butterfly Knife. 120.000. Super Spicy Knife. Eigentlich ist hier... Dagger ist eigentlich sehr, sehr gut. Dagger ist richtig gut. Also vom Special. Baseballschläger. Sunburst. Sunburst habe ich. Sunburst. Da steht einmal owned, aber das ist nicht in meiner Liste drin. Akura Storm. Da oben ein anderes Schwert. Katana. Woden Katana. Scheint so. Erwin Hammer. Slime Gun. Steal Knuckles. Slime Spray. Konfan und Shuckle. Handguns. Immer mal ziehen. Shirt. Da gibt es viele Sachen. Protokolle Sachen. Wörtel. Post down the durability, less of a weapon. Reparieren 500.000 für 9 Sunburst Ah, hier ist Sunburst Hier habe ich im Itembox Tonenschwert 500.000 und 2.000.000 Sungun 70.000 2.000.000 Ich nutze eigentlich eh gar nicht so oft Waffen Vielleicht würde ich die Endboss aber sonst Nee Nee, nee, nee Aber gut Dass hier jetzt einer ist Okay Hier kann ich Waffen Ich feiere auch sehr gerne Aber ich muss mich nicht wie wir früher Die anderen ins Koma saufen Und als Vater Die anderen Auch nicht als Probe von Biersaugen Ja, ja, ja Kurz überlegen Genau, dein Vater hatte immer Diesen Bierhelm mit dabei Ganz unangenehm Wenn du auf Sowas reduziert wirst Ja Ja, ja, ja Aber Keine Ahnung Das machen die Leute ja schon seit Jahren Auch wenn sie nicht wirklich Väter sind Aber das ist halt irgendwie Brauch wahrscheinlich Dass man An Vatertag oder so Dort mit dem Böllerwagen Einen saufen geht Keine Ahnung Ah, ja, ja, ja Stimmt Er war ja der eine Waffenhändler Stimmt 10 Millionen Also das waren Stabilisatoren Und Dings für Nameless Katana Axolotl und Ghost Koi Er hat viele Wische Und er hat noch Einen Pilz Modifizieren Jetzt habe ich nicht gesehen Welche Stimme dort war Aber Egal Wir müssen die mit dieser Stimme Jetzt Rollen nehmen Okay Dann wie ich Schreien Wieso Das haben wir Aten 1.000 Wir laden es auf, aber man kann nichts machen. Okay, gut. Dann eben nicht. Kann ich noch hier hin? Kann ich da irgendwas CP wechseln? Adventure... Wealthy Aroma. Gets a Celebrity Perfume Accessoire. Boah, die sind aber richtig schwierig. Und die goldene Pistole. Limit Breaker. Enable Upgrades to a Curtain-Battle-Style. Beyond its limits. Ich muss das hier weitermachen, weil Business schön und gut. New Look. Aber hier bis 24, ja, okay, ja. Der brauche ich halt noch. Muss halt diese ganzen Minispiele auch machen. Die Karaoke und die ganzen Sachen, genau. Hier ist der Lerker. Hier ist der Lerker. Puh. Puh. Aux. Au. Mann. Muss ich kein Special machen damit. Äh. Buddy hatte gestern auch den ganzen Tag bei E-Isle seine Sendezeit. Oder was. bei rtl 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 was man so ausschreiben muss okay aber welcher buddy als benzer mann die was mit dem buddy meinst du als benzer das ist ein bisschen michelle die lampen nämlich nicht zu hell haben ist ein bisschen nervig ich habe mich ganz verstanden was du meinst der buddy mit seinem buggy ja das ist was benzer mit dem roten häuptchen also wenn der ausrufezeichen tut must ausrufezeichen tut tut was müsste das sein das müsste aus dem film sein schade um dein schönes tut tut ja aber ich denke es war deins mit dem würstchen wettessen und alles mit dem roten häuptchen ach ja also die kann man sich wenigstens noch geben wenn die im fernsehen laufen zum teil laufen die ja auch auf youtube oder so auf einigen oder auf netflix und auf anderen senden halt als wir alle folgen gucken aber warum fanden wir das als teenager irgendwie so interessant keine ahnung das war irgendwie so eine mischmarsch so eine mischung aus musik verkloppen und einfach dumme witze auch wenn die nachsynchronisiert wurden und nicht dem original entsprechen also nicht alle aber vieles war für uns kinder halt einfach sehr witzig weil das halt sehr sehr lustig nachsynchronisiert wurde und die stimmen halt wirklich im gedächtnis bleiben also von als benzer und terence dann guckst du so filme wie ah wie hieß das jetzt der zeichentrickfilm den hast du bestimmt auch schon mit deinen kindern geguckt ähm ähm ich weiß nicht ob das war jack und die bohnenranke oder dieser zeichentrickfilm mit tulpe diesen riesen da ist ja auch der riese so mit der synchronen stimme von bud spencer da merkt man sich halt wirklich so als kind zu stimmen die bleiben halt im gedächtnis die einen verfolgen wollen aber nicht erreichen herrlich hm dass ich noch klein war fand ich die äh Piraten Piratenfilme noch super aber jetzt nicht mehr so die waren ja eigentlich sehr sehr ernst also die wurden halt nur lustiger synchronisiert aber wenn du das im original anschaust oder so waren sie ja ernst also die ganz alten Piratenfilme davon die waren ja eher ernst von von Bud Spencer und die muss man ja halt lustig nach synchronisieren aber heute ja keine ahnung eigentlich ist das wenn sie zusammen irgendwie einen Film machen oder so dort fand ich das halt schon interessanter obwohl es dann natürlich da auch Ausnahmen gibt also viele Filme oder so mit Buddy ganz alleine oder so die waren natürlich auch Klassiker also gerade so Sachen wie der Bomber oder dem kleinen Außerirdischen wo ich das damals als Kind angeguckt habe boah die eine Szene wo das Kind entführt wird von dem blöden Militär und dann im Wald und dann diese Musik Alter das das hat mich als Kind so fertig gemacht und dann wie mit letzter Kraft der Bud Spencer oder so dort zu einem kleinen Jungen hingehen wollte und alles und dann boah ich glaube auch schlimm als Vater sowas anzusehen also so kennt das halt von meinem Vater der fand diese Szene oder so gerade sehr 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 traurig auch und dann wo er mit diesen einen Blottenkopf zusammengearbeitet hat und ach ja das war auch schön und bei hier der Ringe war auch als Stimme dabei ja Gimli also der Zwerg aber Bud Spencer hatte ja zwei Stimmen gehabt also zwei Synchronsprecher gehabt und die hört man halt sehr sehr gut raus und deswegen wenn du diesen einen Zeichentrickfilm kennst mit äh ich glaube Jack und die Bohnenranke ich weiß ja nicht wie der ähm im Originaltitel war mit einem kleinen Hund und diesem Riesen mit Namen Tulpe der das eine Mädel heiraten sollte das war eigentlich gruselig wenn man jetzt die Original Szenen kennt die äh die rausgeschnitten wurden hier in dem deutschen Raum also die mussten das halt etwas kinderfreundlicher machen weil die im Original japanischen oder so äh ja nicht so kinderfreundlich waren aber wenn man dann immer die Stimme gehört hat von dem Tulpe also dem Riesen wenn er wütend war da dachte man direkt schon so an Bud Spencer doch 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 oh ja doch Boah, wie viel man abzieht als Wrestler und hier Brawler Braucht man viel, viel länger Für die Kämpfe Slapstick ist es trotzdem okay noch Ja, ja, natürlich Hans um die Bohnenranke War das Hans? Also war ja theoretisch abgeleitet Oder so von Jack und die Bohnenranke Ich weiß nicht, wie der kleine Junge Dort hieß, aber das war halt so eine Zeichentrickfilm mit dem Hund Und dem Riesen Und der gruselige Mutter von dem Riesen Und als Kind hätte man da Albträume schon bekommen Dann die nervige Harfe Diese goldene Harfe Ach ja Hoffentlich gesagt, die Geschichte handelt nur von einem Dieb und einem Mörder Es gibt keine Moral Der Junge gewinnt dadurch, dass er einen Mann bestiehlt und ihn am Ende tötet Dieses Bild wird in vielen modernen Versionen dadurch verändert Dass der Riese als Schurke dargestellt wird, der seine Untertan terrorisiert und seine Schätze gestohlen hat Sodass Hans zu einem Befreier wird In anderen Versionen wird sogar erzählt, dass der Riese Schuld an der Armut von Hans Familie hat Da er sowohl die Henne als auch die Harfe von Hans Vater gestohlen hat Der Vater nie erwähnt wird Kann sogar vermutet werden, dass der Riese diesen getötet hat So wird Hans sogar zum Recher Ja, ja, ja Also wenn man sich die Original Anguckt oder so Werft das eigentlich ein ganz anderes Bild Davon, aber ja Ich hab irgendwie ja trotzdem den Zeichentrickfilm gefeiert Und der war halt einfach sehr, sehr witzig Okay, da muss ich hin Oh, hier Tinkai Chi Alley Was war da noch? Da waren zwei Gesichter-Typis Und zwar hier unten Warte, wer war denn hier nochmal? Ah, der Typie Ich kann dir noch nichts beibringen Upgrade your abilities enough to learn your techniques from Brawler style Okay Ich weiß, es muss ja noch irgendeinen geben Der den Beast-Style trainiert Und das muss ja dann am Hafen sein Bestimmt, wie in Kiwami Das hat eine Mädel Gehe ich mal von aus Ja Im Grunde sind alle Märchen nichts für Kinder Wenn du die Originalgeschichte den Kindern vorliest Ja, okay Ja, ja Also es kommt drauf an Es gibt bestimmt auch Märchen oder so Dort, die man den Kindern Auch erzählen kann Aber ja Im Eigentlichen Wenn du jetzt Krims-Märchen zum Beispiel nimmst Und meine Mutter hat zum Beispiel auch Die Originalgeschichten uns erzählt So, damit man halt auch ein Ja Ein Bild von beiden hat Oder halt uns das Buch Äh, hier Wie ist es? Ähm Mit dem Zappel Philipp und allem Strubelpeter Gib das einfach deinen Kindern Und die lernen im Leben Glaub mir Da hast du kein Daumenlutscher Sonst kommt ein Ein Riesenschneider-Typi mit einer riesigen Schere Und schneidet einfach den Daumenlutscher den Daumen ab Ich glaube, dann sind die Kinder so ein bisschen Ja Und der Zappel Philipp Der die ganze Zeit am Zappeln ist Und eine heiße Suppe auf dem Tisch ist Und dann schwere Verbrennungen hat Weil, jo Ist halt der Zappel Philipp Selbst dran schuld Schwere Verbrennungen erlitten Naja, deswegen Ich kenne die Originalgeschichten Die sind halt richtig brutal Also auch Ähm Ähm Rumpel Ne, nicht Rumpelstilzchen Ähm Rapunzel Also sehr, sehr brutal Was hat mit dem Prinzen eigentlich passiert Wie er erblindet wurde Indem er runterfiel Und mit den Augen voran in die Dornen Fiel Und sich dadurch theoretisch oder so Ja Das Auge Aufgespießt hat Aber die sollten ja Immer nur so eine Moral Enthalten Die ganzen Märchen Oder Geschichten Oh, warte mal Die Ruby-Blatte kann ich ja noch abheben Warum ist sie hier? Haben wir hier ein Ausrufezeichen? Also sie als Freundin? Okay Aber Hä? Da ist noch irgendwas anderes Die gestiefelte Kater geht noch Ja, stimmt Stimmt Und ich hab mir damals auch als Kind Äh Mit meiner Mutter Ich glaub, es kam oft sonntags Ähm Auch Märchen angeguckt oder so Der Der guten alten Zeit in den 60ern Oder sogar noch Vorher Keine Ahnung 50er Jahre 50er Jahre Ich weiß nicht Ich weiß nicht Den Moral dahinter verstehen Weil damals im Fernsehen Liefen halt auch so Sachen Wo du halt auch Äh, so Kinder Obacht Das und das Wenn ihr das macht Das ist nicht gut Und da habt ihr nur noch Ärger Also, wie auch die ganzen Zeichentrickserien Aus He-Man Äh Captain Planet Und so Sachen Also immer wenn die Serie Gennet hat Immer noch so ein Denkt daran Kinder So und so Oder Batman und Robin Gibt's ja heute Nicht mehr wirklich Hier sind Fragezeichen Äh, ein Ausrufezeichen Aber Hä, wer war das da? Das war nicht das Mägel da drin, oder? Au Oh, das hat bestimmt wehgetan. Frau Holle, ja, ja. Frau Holle war auch nicht so, ähm, so schlimm, finde ich. Das kann man eigentlich... ...gut Kindern zeigen oder so, wenn du zum Beispiel, ähm, zwei Mädels hast. So, so, dann lernt das eine Mädel wahrscheinlich, so vom Charakter her, aus Egoismus und... Wie sind das eigentlich? Man lernt ja Theorie aus Märchen. Wollte man meinen. Also gerade werden wir sagen, und die Moral von der Geschichte. Äh, wer war denn das hier nochmal mit dem Ausrufezeichen? Das war nicht das Mädel hier drin. Äh, wer hat die? Äh, wer hat die? Ich glaube, Strovelpeter ist, glaube ich, auch, äh, ich weiß nicht, er hat auch eine Altersbegrenzung. Was die Kinder da überhaupt was davon lernen, selbst Max und Moritz. Wenn man sich doch die Filme anguckt. Ach, okay, das zählt hierzu. Ich habe da irgendwie neue bekommen. S, A, C. 28 Millionen. Ja, ich habe da noch ein paar Tausend. Äh, kann man nur einmal... sieben millionen also die macht hatte richtig viel das geld haben das hier mehr ist dieser kringel könnte ja müsste doch eigentlich so gehen und auch jetzt eigentlich was da machen starten 30 millionen 30 millionen und können da wieder das oder nehmen wir das unsere tante hat uns immer das singende bäumchen oder so gezeigt das singende bäumchen singende bäumchen oh gott wie alt ist das dann gott das war ja das war ja noch so zu oma zeiten also was man halt unsere mutter schon so märchenmäßig erzählt hat das sagt mir was gab es dann später auch in sag mal neuauflagen kinder oder sogar noch ein zeichentrick darüber ok also ausrufezeichen zählt halt ich muss halt eine gewisse menge geld machen gehe ich mal von aus wahrscheinlich ok dann mache ich die hauptstory weiter weil keine ahnung ich will jetzt nicht irgendwo trägern eine nebenaufgabe die ich nicht sehe ich kann gewisse nebenaufgaben auch nicht direkt sehen ich weiß nicht ob ich noch gebäude kaufen konnte pachinko also na so als können sie das halten noch wenn die mutter oder so oder oder nähere verwandte ein märchen jetzt also vor allem wenn das kindern halt auch versteht was halt die moral dahinter ist ich höre was aber ich sehe nichts ich höre was aber ich sehe es nicht ach hier erika kidagawa erika da habe ich zwei das fehlt noch zwei models fehlen noch drei drei models ich glaube am tage habe ich auch einige vergessen ja 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 weil er nicht ein bär da ein kind entführt oder so dann wird die hässlich und wieder schön und der baum was hat der gemacht ich bekomme die sind nicht mehr zusammen aber ich weiß es gab doch irgendwie einen zeichentrickfilm oder sowas ähnliches dazu aber zählt das nicht wirklich als zählt das wirklich als märchen also wenn dann war es halt jetzt kein krims märchen oder sowas ähnliches oder wenn du so so kleine märchen oder so die irgendwie ja kurz geschichten waren also ich weiß auch nicht mehr den ganzen inhalt davon müssen wir mal nachbuchen aber ich bin mir sicher dass ich das in der grundschule schon irgendwo mal gelesen hatte und sei es nur in dem im bücherbus also weil ich halt da des öfteren oder so dort bücher ausgeliehen habe ein hoch auf bücherbus gerade für kinder ohne bücher ausleihen wäre es wirklich teils langweilig sonst gewesen ich glaube bei mir war es eher so ein fantasy thema was mich eher gereizt hat als kind so oft haben wir es mit drachen und das war auch ganz gut alle sammeln für den winter er nicht das ende der geschichte ja 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 deswegen ist es auch immer so wichtig wie die moral von der geschichte dass die kinder auch das verstehen was darunter gemeint ist das war die karaoke bar das war die karaoke bar ja 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 da habe ich auch noch nicht alles gegessen wuch das hatte ich kein geld gehabt nein oh arigatou gozaimashita tausend ja ich glaube da habe ich schon ich bekomme nicht ich bekomme es nicht hin oder so jeden song auf 90 das nee das kann man vergessen so jetzt bin ich richtig da okidoki wir haben gerade über wir haben gerade über über Märchen erzählt die man so als Kinder mitbekommen hat so von Grimms Märchen und und Kurzgeschichten ach ja da war schon eine schöne Zeit ich müsste eigentlich auch in jedem Essensladen reingehen und und gucken wo ich halt noch nicht gegessen habe ja warte andere Seite doch hier habe ich gegessen bestimmt doch doch ja 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 da mache ich die story aber ich kann jetzt nicht irgendwie eine stunde lang hier anderthalb stunden rumlaufen dann mache ich die story weiter dann mache ich die story weiter hier hin ja ich muss doch hier durch ich mache doch nichts die die erstmal überlegen mussten Freunde davon was überlegen die so lange? was überlegen die so lange mit dem was überlegen die so lange mit dem ich habe noch nicht das eine item wo man die karte sehen kann wenn eine nebenquest dort ist Tachibana. 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 Ja, ich werde nicht sterben. Es gibt keine Behandlung? Wenn der Körner ein Körner ist, kann man die Körner ein Körner? Wenn man ein Körner will, ist es ein Körner. Aber es ist kein Körner. Es ist ein Körner. Es ist ein Körner oder ein Körner. Das war's für heute. Also ich liess gleich in Ruhe. Okay, gut, gut, gut. Bei den Sony Playdays haben wir jetzt nicht wirklich was gefunden. Entweder haben wir schon alles oder vieles ist kein richtiger Sale. Ja, ja, ja. Also ich habe da jetzt auch nichts Wirkliches gefunden. Aber ich suche ja nach einem ganz anderen Prinzip. Also ich suche ja entweder nach für ein Indie-Game, ein Pixel-Game oder halt ein Spiel für Emotional Sunday. Da habe ich theoretisch schon zwei Spiele. Aber die kosten halt, also reduziert, aber trotzdem 15 Euro. Das ist zum einen, glaube ich, gewesen, wie hieß das, Last Stop? Ich glaube, wie hieß das? Das andere? Oh, jetzt sind ich auf den Namen. Ich habe halt schon sehr, sehr viele Sachen noch. Also für die nächsten Sonntage habe ich noch genügend. Und im Normalfall müsste ich ja mal Mittwoch und Donnerstag wieder Point-and-Click oder sowas einführen. Oder ich habe halt noch so ein Pixel-RPG. Da ist Blut. Aber jetzt so wirklich was gefunden habe ich, glaube ich, auch nicht. Also hier und da ist schön, dass da einige reduzierte Games sind. Aber entweder hatte ich vieles schon oder... Na... Das kommt halt immer drauf an. Also mich interessieren halt entweder gewisse Indie-Games, die halt so gut wie keiner kennt. Oder so gut wie keiner so wirklich spielt. Die vielleicht eine Trash-Perle sein können oder sowas. Aber bisher, die Spiele, die ich gespielt habe oder gestreamt habe, war jetzt irgendwie weniger Trash irgendwas. Also ich achte halt schon da auf gewisse Spiele. Oder die waren halt zu teuer momentan. Also weil einige Spiele habe ich halt auch für 20 Euro oder so gekauft. Und die waren, äh, keine Ahnung, im Sale irgendwie, weiß ich nicht, noch höher als das. Ist ein bisschen schwieriger. Wenn die Spiele nur 5 bis 10 weniger kosten. Ja, 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 also, ja. PS-Plus-Tag wird weggemacht. Ich habe für mich persönlich etwas gemerkt. Mir fehlt mein Kumpel beim Zusammenzocken. Ach so, okay. Also hast du jetzt kein Special Sunday, dass du PS-Plus-Tag machst. Ja gut. Irgendwann hast du die Spiele halt alle auf PS-Plus gespielt und dann... Das Problem ist, du zockst ja auch... ...richtig große Rollenspiele an. Also du zockst sie an, aber das war's dann halt. Das ist halt mehr ein Angezockt bei PS-Plus. Bei Demo-Day war es halt Demos. Aber ist halt blöd, über Playstation oder so dort sowas zu machen, weil... Ja, du kannst halt nicht das Spiel wechseln, ohne dass das Stream ausgeht. Aber ja, wenn dir das mit Neverwinter dann eher mehr Spaß macht, dann machst du halt das. Mach einfach das, worauf du halt eher Bock hast. Oi. Ich kann zum Beispiel auch nicht sowas machen wie ein Community-Day, weil... ...schwierig. Die Leute, die bei mir dort sind, entweder haben die eher nur Switch oder die spielen Spiele auf Steam. Das sind Sachen, die beides ich nicht spiele oder ich nicht habe. Also Steam hab ich zwar, aber ich spiele keine Spiele auf Steam. Und eine Switch hab ich nicht. Da würden sich halt viele Retro-Games unter anderem lohnen. Und für die PS4-Community-mäßig ist es schwierig. Deswegen ist bei mir zum Beispiel sowas, was Community-Day angeht, auch eher so... Ja. Schwer zu sagen, weil das halt eher dann nur die Mods sind oder die, die halt langjährig schon zuschauen. Die dann halt auch kein blödes Zeug oder so dort in den Stream oder sowas reden. Also denen man halt auch dann vertrauen kann, dass sie nicht so dumm sind, irgendwie... Ja. Den Streamer zu schaden. Deswegen hab ich damals halt auch aufgehört mit Monster Hunter World. Einfach fremde Leute im Chat drin zu lassen. Also im Voice-Chat, weil... Ja. Wurde halt nicht wirklich positiv angenommen, sowas. Ah? Das ist so ein Geld-Heiny-Typi. Genau, weil Thema ist schön und gut, aber ich brauche es einfach. Ja, Marc, mach einfach, wo du oft rockerst. Wenn das PS-Plus-Day-mäßig ist nicht machbar, ist, weil irgendwann hast du die Spiele halt durch und du zockst die Spiele halt nur an. Und du hättest bestimmt jetzt gerne noch gesehen oder so, wie eigentlich das Spiel ja weiter dann geht. Und da kommen halt noch so Spiele wie Hitman oder Mafia. Und dann sind die Spiele angespielt und dann sagst du, ja, wow. Dann hast du die halt nur kurz angespielt. Bei großen Streamern kann ich das verstehen, warum die ein Spiel eher anspielen. Weil von der Zeit ist es halt nicht so wirklich machbar. Oder die machen halt über YouTube und Let's Play darüber. Weil es halt anderen, ja, sonst nerven würde, wenn ich halt dauerhaft zum Beispiel nur die gleichen Spiele spiele. Die ist halt so bei mir. Kommt euch mal vor. Ich kann nicht jeden Tag was anderes spielen. Na, wegen East Ridge. Heute kam dieser House of the Dead. Der alte Sega-Klassiker. House of the Dead. Warte. Der Post. Uh. Gab's eigentlich ne Collectors Edition oder so mit, äh, 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 ne, ne, nicht mit, ähm, mit Zombies Ate My Neighbors. Das war was anderes, was in der Collection kam. Das kam doch mit nem anderen Spiel raus, oder? Also Zombies Ate My Neighbors und noch ein anderes zusammen. In so ner Collection. Und deswegen feier ich auch so Seiten wie, kennst du aber bestimmt auch hier, äh, Limited Run Games. Die dann zum Beispiel, ähm, Indie Games oder Spiele, die noch nicht wirklich in physischer Form greifbar sind, oder zu halten sind, dass sie die halt verkaufen. In physischer Form. Ähm, also in, mit Hülle und allem. So. Also daher muss man gucken, oder so, Limited Run Games. Seite. Da hast du halt sehr, sehr viele Indie Games, die einfach ja eher nur digital zu erhalten waren. Und die haben die halt dort eher in physischer Form. Was ja viele auch machen, oder so, dass sie halt in physischer Form einen Indie-Titel kaufen, als auf digitaler Weise das auf dem, äh, der Playstation zu haben, oder so. Oder auf der Switch. Hier. In letzter Zeit bestell ich halt auch nicht mehr wirklich irgendwie Spiele. Jetzt hat mir jetzt gerade so in den letzten Monaten gar nicht so wirklich was in physischer Form ist. Also die meisten Spiele momentan bei mir sind digital. Momentan. Aber wenn ich jetzt wirklich Interesse habe, noch weiter auf Retro. Also, Retro ist immer in physischer Form. Also die Retro in gute alte NES zu Nintendo Game Boy oder sowas. Hier. Oder halt N64 und so Sachen. Außer es gibt halt so Remaster-Sachen. Also dort aber. Ja, manche sind halt momentan so ein bisschen teurer. Aber auf digital manchmal eher auch viel, viel günstiger. Zu bekommen. Also auch gewisse Collectors Edition. Ich lasse die halt im Play Store so billig und dann guckst du in den Läden oder so dort. Dann zahlst du dafür, keine Ahnung, 39 Euro. Dann denkst du auch, boah, Hilfe. Sind hier noch drei Spiele pro Woche. Aber wenn Judgment fertig ist, sind es nur zwei Spiele die Woche. Also nach Judgment hast du dann nicht noch ein Projekt? Was willst du dann nach Judgment machen als Projekt? So als RPG-Projekt? Weil einige RPGs hast du ja abgebrochen. Also du hast, äh... Ja, die meisten abgebrochen oder so, weil halt der Sound zu laut war. Und du konntest ihn ja halt ingame nicht leiser stellen. Also wie damals halt Final Fantasy VIII oder, ähm, Star Ocean, wie das der Pad momentan spielt. Ähm, Hack. Weiß ich nicht, warum du das abgebrochen hast. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ist halt ein bisschen schwieriger, glaub ich. Gerade so... Reserve-Spiele zu haben. Später. Schwierig. Das war dabei. Ah, okay, okay. Bekämpfe Horden, Monster Röser und oder in einem... ...entrasanten Rail-Shooter. Genau, Limited Edition, Mitte 3D, Wackelbildbox. Zwei Top-Aufstellern. Und Sticker, äh, Bogen. Ähm, Bullyplayer-Modi. Bist du Zollspieler kooperativ oder kompetitiv? Ein Spiel, das seinem ursprünglichen Gameplay treu bleibt. Ein bekannter Arcade oder Klassiker mit moderner Grafik. Ein Steuerraum, eine Vielzahl an Waffen und ein Armbrust, Sturmgewehr, Granatwerfer. Okay, dann hab ich das doch nicht verwechselt. Dann war es das. Mit, äh, Zombies Ate My Neighbors. Ah, okay, okay. Ja, cool. House of the Dead. Ja, in einem Sega... Im Sega-Game bin ich nicht so wirklich drin, was Sega-Titel angeht. Oder Exclusive-Sega-Titel. Das, äh... Ich hatte ja selber nicht Mega Drive oder sowas Ähnliches gehabt. Aber da kamen halt schon für Sega so geile Spiele raus. Muss man halt sagen. Aber ich hab halt hier keine. Auch nicht Mega Drive oder ähnliche, die ich abspielen würde. Also ich hab halt nur die, ähm, diese Collectors-30-Jahre-Sega-Gedöns-Sachen, wo dann halt sehr, sehr viele Spiele sind. Aber wenn du die auf Steam hast oder so hast du, glaub ich, eher die Vorteile, ähm... Ich glaub, man, das war auf Steam. Weil du dann halt gewisse Spiele noch runterladen kannst für die Bibliothek. Die dann halt in dem Bücherregal da drin sind. Oder in diesem Games-Regal. Was du halt auf der Playstation nicht hast. Da hast du halt nur... Ne Handvoll Spiele. Aber das sind ja, glaub ich, 50 Stück. Das war's aber auch. Ähm... Nein, Neverwinter drei Tage, weil da kein Update kommt. Wegen Musik hab ich das verschoben. Also, okay. Für Wii gab's die auch schon. Ah, okay, okay. Ja, ja. Why are you using me to attract the women behind you? Okay. Drücke die egg while walking around the city to take a handful of your money and bring it into the air. So, anyone nearby the vlogger will kill wherever they can. If you didn't mind the next time I'm in a hurry. Echt? Ich kann einfach... Cash Confetti. Okay. Von Überries streets in alleys. You often find your way completely attack the punks. Here for a fight. Walking around the city. Situation. Desire kommen. Okay, da, da, da. We need it right now and save yourself. Meilige. Oh, es geht weiter. Ah, während die dann halt beschäftigt sind, kannst du dann einfach gehen und dann... Okay. Okay, okay, falls ich das überhaupt mache oder machen muss. Kannst du nicht einfach so Geld verschwenden? Aber wenn man in Eile ist, kannst du dann halt einfach Geld werfen und dann entgehst du einen Kampf. Ja, aber dann gibt es auch Items oder so, dass die Gegner nicht wirklich auf dich fixiert sind. Stimmt. Naja. Bei einigen Spielen dann warte ich halt noch, bis die momentan noch ein bisschen reduzierter sind. Also gerade hier für die Emotional Sundays, da habe ich jetzt noch zwei, drei, vier oder fünf in petto. Also von daher geht das noch. Ich musste vom letzten Rätsel, musste ich mir ein Video angucken, weil... Alter, das verstehst du auch nicht bei Call of the Sea, bei diesem Rätsel dort. Also... Bei einigen Sachen musste ich halt wirklich oder so nachschauen, weil das ist unmöglich gewesen, da irgendwie darauf zu kommen. Aber ja, das hat man manchmal. Ja, ja, egal wer das jetzt nicht gemacht hat, der ist ganz am Schluss. Jetzt wird er wieder crazy klauen. Okay. Okay. It's not a long time for the rest. In my case, take my advice if you're ever in danger. In Tender, okay. Ich hab dir jetzt irgendwie einen Doppel-Clown gehört, weil das ... Keine Ahnung, wegen dem Monitoring wird das halt doppelt abgespielt. Geh ich mal von aus, fast. Hm. Merkwürdiger Clown. Äh ... Ich find's halt schade, einige Indie-Games, die ich gerne hätte, die sind halt immer noch so ... ... 30 Euro ... ... oder sogar 35 Euro für manche Indie-Titel. Das ist halt so ein bisschen so ... ... aah ... ... mhm ... ... oder einige sind halt noch zu neu, da muss man halt warten, bis sie ein bisschen reduzierter sind. Weil man dann halt auch so seine 30 Euro zahlt. Und ich mach halt selten so Ausnahmen wie bei Yakuza Like a Dragon oder bei ... ... Lost Judgment, dass ich dort ... ... äh ... ... die Complete Edition kaufe. Oder damals bei Valhalla, hab ich glaub ich auch 80 Euro oder so bezahlt. Und dann hab ich halt auch das Komplette, mit Season Pass und allem. ... ... auch die ganzen DLCs dann dazu und ... ... ... sie sind so gut, oder? ... ... ... aber paar Spiele für Reserve hab ich halt noch. Dann würde ich irgendwie wieder so Bock hätte, Mittwochs und Donnerstags auch wieder, keine Ahnung, entweder ein Pixel-Optik-RPGs zu spielen, weil ich eins gefunden habe oder halt irgendwie ein Indie-Game, was ein bisschen länger geht, so Point-and-Click mäßig ist. Da habe ich ja noch einige. Hier der Square, okay. Die letzte Ausnahme war auch nur die The Village und Lost Judgment. Also bei dir? Jo. Also ich kenne ja auch Leute, die dann zum Beispiel hier so richtige Collectors-Editions kaufen wollen, hier zu Witcher mit Figur und hast du nicht gesehen, so Sachen. Also sowas kann ich auch nachvollziehen bei so richtig Hardcore-Fans. Aber das Geld muss man ja auch erstmal haben, um da so richtig eure Collector-Edition für 300 Euro auszugeben. so für spezielle Positionen. Wenn man das Geld nicht hat, dann reicht es halt nur für die normale Version. kann ja auch nicht irgendwie die ganzen Big-Boxen kaufen von den Rollenspielen auf dem SNES. zu Lufia, Secret of Mana und so Sachen. Die Big-Boxen kosten ja keine 30 Euro. Mit Anleitung und allem wieder das, ja. Da muss man schon ein bisschen mehr zahlen. Also ich glaube, bis vor kurzem war Metroid richtig teuer, den Schwer zu bekommen. Und jetzt halt wegen dem Remake dazu, oder Remaster dazu, ist das glaube ich in einem Preis bisschen runtergegangen. Also die Big-Box zu Super Metroid. Du hast ja vorher sogar knappe 600 bezahlt. Die, glaube ich, alles andere als einfach zu bekommen ist. Ne, ne, ne. Gehen wir mal zurück. Ne, wir speichern hier mal. Kann ich jetzt einfach so das Geld werfen, kurz bevor ein Kampf kommt, oder? Wie ist das für andere Sachen, hab ich mir gedacht. Bei FF7 Remake habe ich die auch noch bezahlt. Weil auch sehr selten. Oder verbinden. Ja, ja, wie gesagt, für manche Version macht man sowas halt. Wenn dann halt irgendwie eine Figur dabei ist, oder ein Steel Case oder sowas dazu ist. Ja. Kann ich auch verstehen. Weil man halt weiß, oder so, das ist halt ein Sammlerstück. Beziehungsweise macht sich das halt gut in einem Regal. Wenn halt so eine Figur oder so dabei ist, oder irgendwas Besonderes, was halt sonst nicht wirklich zu bekommen ist. Sondern nur aus den Spielen. Da kann ich das halt auch gut verstehen, aber... Ich brauche jetzt nicht 300 Euro oder so. Wenn ich die nicht habe, dafür auszugeben. Also ich kann nicht mal einfach so 300 Euro locker machen für ein Spiel. Das können andere sehr, sehr gut machen. Dann sagen die so, ach komm. Easy. Da zahle ich auch 500 für ein Spiel. Wenn man halt Geld aber nur so locker sitzen hat, dann... Dann überlegt man sich das halt eher. Da ist ein Spanner. Denkelstmeilen. Um sicher zu gehen, hatte ich die zweimal bei anderen bestellt, damit die auch ankommen. Und eins habe ich wieder mit Gewinn verkauft. Nur um sicher zu gehen. Und dann eins verkauft. Ja. Ja, okay. Ja, gut. Kann man auch machen, um sicher zu gehen. Aber finde ich jetzt gar nicht, dass man die zweimal dann kauft. Also... Außer es kam schon öfters mal vor, dass du... ...ein Spiel bestellt hast und es kam überhaupt gar nicht mehr an. Weiß ich nicht. Wie oft kam das bei dir im Leben mal vor? Dass du ein Spiel bestellt hast und es kam nicht an. Und wenn dann... Naja, gibt es ja... ... in gewissen Läden, wo man die... ...sachen auch kaufen kann. Also Spezialeditionen halt natürlich nicht. Deswegen sage ich ja, guck mal die Seite Limited Run Games an, falls du die kennst. Also... Ich geh mal von aus. Gerade für Gamer. Ich kenn diese Seite. Und das halt... ...viele Games... ...die sonst nur digital zu erhalten waren. In physischer Form. Und oft auch Spezialversionen. Mit gewissen Stickern da drin oder... ...keine Ahnung. Irgendwie... ...bestimmten Goodies... ...Figuren... ...und... 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 ...typ, wat willst du? Ähm... ... Bei Amazon... ... können sie dir heute... ...nicht mehr sicher sein, äh... ...dass was ankommt. Ja... ...ja... ...ja... ...das... ...ja... ...aber hast du, glaub ich, überall, oder? Das hat aber dann nicht mit Amazon zu tun, sondern dann mit den... ...mit den Liefertypis dann manchmal. Äh? Also, keine Ahnung, ob das irgendwie von Hermes... ...oder DHL oder Konsorten sein kann. Aber ja, gut, bei Amazon... ...ja... ...aber ich bestell ja nix von Amazon. Ist ja genügend andere Seiten... ...vom Glück alternative Seiten. Wo man die... ...sachen herbekommt. Wenn man halt... ...online Spiele bestellt, aber... ...das ist halt relativ selten, also dort, also... ...ja, weil... ...selbst auf Ebay, oder so, dort... ...kommt's halt mal vor, dass sie halt Spiele vertauschen. Oder... ...falsche Versionen... ...mir geben, oder so, dort. Dass man halt irgendwie statt... ...PS 2, oder so, Xbox schickt, oder so. Da gab's auch schon einen Verkäufer, wo das halt war, da hab ich... ...und... ...hier damals glaub ich ja auch im Stream erzählt. Äh... ...wollten... ...irgendwie ein NFL-Teil auf der PS2 haben... ...und der schickt mir... ...die Xbox-Version davon... ...und ich den angeschrieben, oder so... ...du, äh... ...hier mit Foto... ...äh... ...hast das Xbox-Spiel... ...ja, geschickt. War die nicht vorrätig, oder so... ...für die PS2, oder war das ein Fehler? Ja, sorry, war ein Fehler. Ich schick die nochmal und... ...Xbox-Spiel kannst du behalten. Dann hab ich halt... ...doppelt. So. Oh, du hast deine Tochter seit Jahren nicht mehr gesehen. Mhm. So, es kam erst mal so rüber wie ein Spanner oder sowas. Ach so. Okay. Wie, viele Bewertungen schon gelesen und... ...gesehen... ...wie die Boxen aussagen. Ja. Ja. Und was fehlt, dann Figur kaputt. Hast aber, glaub ich, überall... ...hat ja nix mit Amazon dann zu tun, sondern mit den Lieferanten. Also, manchmal. Weil, überleg mal, wie diese Pakete oder so... ...zu den... ...Paketstationen-Dings ankommen dort. Hey. Hab ich auch schon... ...Videos und Bilder gesehen. Wie das halt bei Hermes ankommt, wie das bei... ...ähh... ...ähh... ...UPS ankommt oder... ...DPD, DHL. Da stehen dann so Pakete wie... ...ja... ...ist zerbrechlich und dann... ...hast du hinterher nur so einen Scherbenhaufen Paket. Kann halt leider vorkommen, darf aber nicht vorkommen, aber... ...ja... ...ja... ...da gibt's ja auch ne goldene Regel, wenn du halt schon bei dem... ...Paket-Typi... ...bemerkst oder so... ...ist es ne Delle drin oder ist es irgendwie zerquetscht oder so dort und du... ...und du willst es gerade annehmen, du siehst aber dann halt schon die... ...die Teile, die dann halt kaputt sind und dann sagst du direkt oder so... ...nö, ich möchte dich nicht annehmen. Schicken sie es zurück direkt. Weil sobald du's halt annimmst oder in den Händen hast oder so, dort ist das halt dann... ...son angenommen. Das ist halt immer so das Problem haben bei manchen Sachen. Boah, oft hofft man halt, dass der Verpacker das dann halt so verpackt... ...so bombensicher, dass da nichts passieren kann von außen. Aber, boah, wenn ich an die Zeit denke damals mit Yu-Gi-Oh! Karten oder so oder... ...gewisse Pokémon-Karten... ...und, ähm... ...wenn ich jetzt Pokémon-Karten verschifft habe oder irgendwie verschickt habe... ...habe ich immer hier diese... ...das sind so richtig harte, so Plexiglas... ...feste... ...ähm... ...keine Ahnung... ...Schutzfolien. Und da stecke ich dann halt... ...zwei, äh... ...random Common-Karten oder so noch mit rein... ...ähm... ...mit, äh... ...pappe zusammen, äh... ...kleben... ...dass halt wirklich... ...ja... ...fest ist... ...dass da nichts passieren kann. Und andere Leute, die schicken einfach in einer ganz normalen... ...vanillehülle... ...die Karte da rein... ...und das ist eine Karte von... ...25 Euro... ...Briefumschlag rein... ...fertig... ...und denken, da passiert nichts. Und dann kam diese geknickt damals an... ...damals die Hornet... ...boah, hab ich mich geärgert... ...die dritte Hornet bei mir... ...die kam dann geknickt an... ...ah... ...und das ist halt doof auf Turnieren... ...andere würden sagen so... ...ja, was ist denn daran so schlimm... ...auf Turnieren... ...ähm... ...darfst du gewisse geknickte Karten halt auch nicht spielen... ...weil die sehen ja von außen... ...äh... ...aus, als ob man die markiert... ...die sind ja geknickt oder so dort... ...deswegen ist das so ein... ...leichter Hubbel... ...bei der Karte... ...wenn man das halt schon sieht... ...dass das so gehubbelt ist... ...zählt die als markiert... ...und du kannst dadurch... ...disqualifiziert werden... ...so... ...das war dann halt ärgerlich... ...müsste die halt dann irgendwie... ...wie glatt bügeln oder sowas... ...oder dir... ...die neu kaufen... ...oder ich hab dann halt nur mit... ...zweien gespielt oder so... ...und... ...die eine dann halt... ...das war dann auch ärgerlich... ...dass die Leute halt... ...äh... ...die Sachen nicht richtig verpacken... ...bei mir hieß es dann halt immer... ...wenn ich die... ...äh... ...versendet habe... ...hieß dann halt in den Kommentaren... ...or so bei den Leuten oder so... ...da merkt man... ...ein Fan der allerersten Stunde... ...der Yu-Gi-Oh! Karten... ...dass er halt gut damit umgeht... ...dass er auch weiß oder so... ...was das halt für einen Wert hat... ...und... ...setzt wenn die Karte nicht so einen... ...hohen Wert hat... ...dass er die... ...einfach... ...hineinrotzt... ...sondern einfach halt... ...in der Schutzfolie... ...die halt wirklich fest ist... ...die man nicht kaputt machen kann... ...aber fand ich halt manchmal traurig... ...wenn man hier so... ...ja... ...abkauft oder so... ...an Leuten... ...die sich gar nicht so wirklich damit auskennen... ...und dann... ...einfach in der Hülle da drin... ...oder lose... ...in den Briefumschlag... ...und dann denke ich mir so... ...ja bei der Post... ...wenn sie das abstempeln... ...dann gucken sie manchmal... ...und dann... ...knicken die dann manchmal die Briefe... ...denken die da nicht daran... ...oder bestimmt hat... ...der ein oder andere auch so Sachen wie... ...ähm... ...wenn er Bewerbungen schreibt... ...und dann hat man so... ...schöne Bewerbungsmappen... ...die im Normalfall ja... ...einiges standhalten... ...so da hab ich mal... ...des Öfteren auch... ...so Bewerbungsmappen erhalten... ...die einfach... ...geknickt im Briefkasten drin waren... ...so... ...und die kamen auch geknickt... ...bei denen immer an... ...das ist... ...manchmal komisch... ...weil manche Postboten... ...einfach da die Zeit nicht haben... ...oder so irgendwie zu klingeln... ...hoch zu gehen... ...wahl ist ja... ...Packen... ...Paket... ...etc... ...das passt ja in den Briefumschlag... ...ein bisschen knicken... ...das passt schon... ...da meckert man ja nicht... ...die ist aber trotzdem ärgerlich... ...wenn ich mir dann so... ...ab und an Bilder angucke... ...au auf Twitter oder so... ...wie Leute dann geschrieben haben... ...ähm... ...ich hab mir letztens irgendwie... ...ne Schallplatte bestellt... ...und das und das... ...und einer... ...keine Ahnung... ...der schiebt das dann... ...so komisch in den Briefkasten rein... ...dass sie dann halt... ...zerbricht... ...von einer Seite... ...ja... ...oder bei gewissen Spielen... ...denk ich mir auch so... ...her, was sind denn das dann für... ...für Fahrer oder für... ...Postboten oder so... ...die das halt einfach so reinquetschen... ...dass sie da nicht mitdenken oder so... ...ja, willst du dann auch so... ...Post bekommen... ...die gequetscht ist oder kaputt ist... ...oder die hatten halt einen schlechten Tag... ...und lassen das halt an Kunden aus... ...das gibt's halt auch... ...traurig aber wahr... ...dann helfen wir dem jungen Mann mal... ...eh... ...komm Kio... ...helfen wir ihm seine Tochter zu sehen... ...ja... ...äh... ...was willst du tun... ...nein oder... ...ja mach ich... ...10.000... ... 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 Wie gesagt, mir ist das halt damals sehr sehr oft aufgefallen, wenn ich halt Karten bestellt habe oder Karten verkauft habe. Wie da Leute oder so mit den Umschlägen umgehen oder Postboten oder so mit den Umschlägen umgehen, weil man halt die falsch verpackt hat oder die falsch gesichert hat. Das ist halt ärgerlich, weil würde man sagen, ja, ist halt ein bisschen Pappe, das hat auch keinen Wert, aber überleg mal Magic-Karten, was die an Wert haben oder gewisse Pokémon-Karten. Mann, bist du blöd! Du sollst auch immer deinen Verstand benutzen. Komm, ich muck dir das! Das war dann halt ärgerlich, wenn man dann so 30 Euro Karten da drin hatte, die man gerne haben will und die kommen dann halt einfach zerknittert und vermatscht oder so dort an und das ist halt blöd kurz vor dem Turnier, wenn man die dann bestellt und dann kannst du deswegen disqualifiziert werden, weil sie einfach dann als markiert zählen. Das ist halt nervig. Lieferer raffen immer noch nicht, dass ich ihre Firma repräsentiere mit so einer Einstellung. Ja, ja, ja. Ist halt was anderes als zum Beispiel Essenslieferanten. Also da tut man dir auch irgendwie gleichstellen bei vielen Leuten. Also es gibt halt gewisse Restaurants, die haben halt einen eigenen Fahrer oder ist halt dann der Chef oder so, der dann halt selber die Ware fährt. Dann gibt es dann halt so Sachen wie aus, keine Ahnung, da bestellst du hier bei namhaften Essensbestelldingern dort und die haben dann halt irgendwie Lieferfahrer, der mit dem eigentlichen Restaurant nichts zu tun hat. Aber weil er die Scheiß geliefert hat oder weil er zu lange gebraucht hat, wird dann halt der Laden schlecht gemacht dadurch. Obwohl er im eigentlichen Sinne nichts damit zu tun hat. Also das gibt es halt auch. Weil nicht jeder hat halt ein Fahrrad, der die Sachen halt ausfährt, sondern macht halt jemand anders da. Irgendwie Fahrradkuriere oder keine Ahnung, die dafür bezahlt werden, das zu machen. Aber ja, ich weiß nicht, warum das bei den Leuten so ist. Also die repräsentieren den Laden und die wissen theoretisch, dass halt schlechte Publicity, aber vielleicht ist es den Leuten halt einfach egal. Oft sind das halt Jugendliche, denen es eigentlich eher egal ist. Also dort wollen halt schnell Feierabend haben. Und der Rest ist halt denen egal. Also Hauptsache die Ware kommt an oder so dort und wenn sie meckern oder so dort kriegen die das ja nicht ab oder so, sondern die Firma selbst. Obwohl sie ja heutzutage ja alles nachprüfen können oder so, wer zu welcher Zeit ausgeliefert hat und alles. Oh ja, so ist das halt. Traurig aber war, ist halt. Ja, was soll man machen? Und ich bin halt nicht in diesem Alter, dass ich halt dauerhaft oder so Beschwerdebriefe schreibe, weil ich halt selber manchmal so ein Mensch bin, der sich halt in die Lage von den Leuten versetzt. Entweder ist der gestresst oder der ist halt schlecht gelaunt. Und ja, er muss seinen Job machen. Er darf das halt, seine schlechte Laune nicht an einem anderen Kunden auslassen in dem Sinne. Aber manchmal zeige ich halt dann trotzdem Verständnis, dass ich halt dann bis zu einem gewissen Grad sage, so, ja, komm, Schwamm drüber. Ist in Ordnung. Also, es kommt halt immer da drauf an. Also, auf den Härtefall. Aber ich bin jetzt nicht in einem Alter, dass ich dann halt dauerhaft oder so Beschwerdebriefe schreibe und dann irgendwie Rezensionen und dies und jenes und dann halt direkt oder so mit Anwalt drohe und so Sachen. Das ist mir, das macht für mich Stress noch. Diesen Stress meide ich. Jeglicher Stress oder so, der irgendwie in irgendeiner Form leide wird oder so, den meide ich. Also, wenn es geht oder so meide ich Stress. Aber manchmal muss man sich halt auch den Stress antun. Der UPS-Fahrer macht immer seine Arbeit gut. Er muss auch bei uns reinkommen. Ja, ja. Eigenhändig. Heißt auch eigenhändig. Ja. Ja, ja. Also, gerade in Dörfern kenn ich das halt. Ich hab ja damals auch in einem Dörfchen gelebt mit der Freundin. Da hast du, was Post angeht, ganz anders als in der City. Ähm, die aus dem Dorf oder so, die kennen den Postboten schon seit Jahren, als die Freundin Hey noch so ein ganz kleiner Pups war. So seit Jahren oder so dort immer halt die gleiche Person oder so dort, die dann täglich oder so dort die Sachen liefert. Und da weiß man halt oder so, aha, hier, das ist der Rudi, keine Ahnung, irgendwas. Und da kann man halt vertrauen, wenn es halt um so Post geht. Das hast du in der City, in der Stadt, hast du sowas ja nicht. Da kenn ich die Postboten nicht mit Namen oder die Lieferanten oder sowas ähnliches. Also, du müsstest ja jeden Tag etwas bestellen oder so bei DHL oder so, dass du halt jeden Tag den gleichen Fahrrad da hast. Also, keine Ahnung. Also, es gab sogar einmal einen Fahrrad, der hat sogar eine Ausnahme für mich gemacht. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Ähm, das war was, wo er, ähm, eigentlich Geld bekommen sollte. Ich weiß nicht, äh, welche Bestellung das war. Irgendwas vom Zollamt oder irgendwas war das, glaube ich. Äh, und ich hab gesagt oder so, ja, momentan hab ich irgendwie das Geld nicht bei mir. Ich könnte aber zur Sparkasse gehen. Okay, wie weit ist denn die entfernt? Ja, hier die Straße da runter. Äh, das sind hier, keine Ahnung, zehn Häuserblocks oder so dort. Da ist eine Sparkasse in der Nähe. Ah, okay, okay. Ja, dann, äh, warte ich kurz draußen. Dann ziehen sie sich an oder so dort. Gehen sie dorthin und ich parke dann davor und dann, äh, können wir das ja so regeln. Ich hab so, ja, aber müssen sie nicht schnell zu arbeiten? Und der so, ja, komm, die Zeit nehm ich mir. Geht schon. Ich hab so, okay, ich hätt das auch später machen können. Ja, aber das geht jetzt nicht wirklich oder so. Und dann, ja, hat er sich diese zehn Minuten Zeit genommen, dass ich halt zur Sparkasse gehe, das Geld hole, das in die Hand drücke und gut ist. Ich weiß nicht mal, was das war oder so. Irgendwas vom Zoll oder irgendwas Ähnliches, was ich da halt, äh, bezahlen musste für das Paket. Oder war irgendwie, hab ich irgendwas bestellt oder so mit einer Replika? Eine Tana oder eine Waffe oder eine Verrücke damals oder ein Cosplay? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war das. Ich glaub ein Cosplay. Äh, bei uns wird danach auch kurz zurückgerufen vom Chef, wie die Sendung ankam. Das ist zum Beispiel auch gut. Ja, das kriegst du hier ja nicht wirklich. Also, gut, das liegt vielleicht daran, ich hab ja hier keine Festnetznummer. Dann müsstest du ja immer deine Telefonnummer dabei angeben. Und wenn du die ja nicht immer angibst oder so, dort bei DHL, Hermes, etc., dann rufen die ja nicht zurück. Also, ich geb ja nicht wirklich meine Telefonnummer dort reiß. Vielleicht deswegen. Ist vielleicht mein Fehler, aber ich geh von aus, dass die nicht wirklich anrufen und sagen, ist Post angekommen. Also, ich bekomm relativ wenig Post. Am meisten krieg ich halt Post, wenn es halt um, äh, sie müssen zahlen gehen. Oder so. Nicht irgendwie, sie haben gewonnen, weil. Oder ich schenke ihnen was, weil. Der bringt auch und nimmt auch wieder was mit. Ja, ja, das siehst du. Das sind aber eher in so Ortschaften oder in Dörfern oft so der Fall. Also, ich kenn das halt. War ganz merkwürdig für mich, weil ich halt aus der Stadt komme. Aber gerade in so Dörfern war das normal. Da hat er gesagt, also hier kannst du morgen auch was entgegennehmen. Jo, ja. Kein Problem. Nimm mich zur Zentrale mit oder so dort. Und dann gut ist. Und heute hast du hier in der City oder so dort extra Paketstationen. Dies und jenes. Und dann machst du das halt so. Oder du musst halt bis zur Post latschen. Und das selber machen. Äh, I can't tell us on why their father is. Oh ja, what should I say? Von einem Freund. Ja, better be nice when he comes again. Ja, ja, du wirst extra nice. Beer. Oh ja. Eine Gruppe von Leuten. Einige Leute talking about Rike. How amazing she is. Aber war nochmal, Rike ist auch eine, die ich auf der Karte habe. So ein Telefon. Gärtchen. Seit sechs Monaten. Sechs Monate. Okay, okay, okay. Hm. Zwanzig. Die Zoom ist dort und nachzumähig. Die Zoom ist dort und nachzumähig. Die sind jahre alt. Und? They don't really do you want. Weil sie das halt ist. Äh. So arbeitet. So, 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 real estate. Let I kill you ja einen richtigen Job dort. Guten Abend, Ligra. Guten Abend, nabend. Ich hoffe, dir geht's gut. Ah, ja. Heute machen wir einfach so einen gechillten Abend. Mit Kiyu und Co. Ach, ja. Ich muss mehr über sie erfahren. Wo ist your place later? Was ich mit dem Freund ist, vielleicht? I live in a 96-match. One-room-apartment with a kitchen. Ich auch. Mhm. Und I live with my brother. Wieso, my brother sag ich schon. Mit meiner Mutter. Mit meiner Mutter. Hm. Dass sie ein Kind ist. Okay, aber vielleicht erzählt sie was über den Vater. Vater macht sich ja nur Sorgen. Das ist so ein Fall, hat sie seit Jahren nicht gesehen, oder? Ja, ich stelle mir das irgendwie so, nicht schrecklich vor, aber immer vor, du bist der Vater und weißt dann, dass du der Vater bist. Das Kind aber nicht weiß, dass du der Vater bist. Und das Kind ist dann halt heranwachsende 25-Jährige. Und du hast das Kind das letzte Mal, keine Ahnung, nicht so wirklich nur auf Fotos gesehen, oder so. Äh. Was soll ich sagen, so, überrasch, Junge, ich bin dein Papa. Lieb Täter, geh weg. Geh, zweiter Versuch. Glocke sie einfach an mit Süßigkeiten. Äh. I look what can I tell one piece of children that I can't be a daughter. What does your mother do? Your father's not around? Über den Vater fragen. Damit sie irgendwas ja sagt. Den Vater nicht irgendwo hin und her? Kann sich nicht an ihren Vater erinnern. Okay, ja, dann ist das sowas. Dann müsste es der aber sein. Oh, die Arme, ja. Argo. Und wessen Vater bist du? Wieso, der kommt direkt da rein oder so, dort? Nonsens. Äh, Micha, allöche, Micha. Ich bin dein Vater. Ja, safe. Hm. Safe bist du mein Vater. Wenn du jünger bist als ich. Das ist, ähm. Ja. Safe. Sind sie ein Einbrecher? Einbrecher haben, äh, keinen Schlüssel. Sind sie ein Triebtäter? Das war das doch. Sind sie ein Triebtäter, oder? Ne, doch Einbrecher. Das hat die Mutter von Howard gesagt. Sind sie ein Einbrecher? Ein Einbrecher hat doch keinen Schlüssel. Warum ist das denn? Sind sie ein Triebtäter? Ich dachte, das war daraus. Big Bang Theory. Oder war das aus King of Queens? Weiß nicht. Ach, ja. Ähnlichkeit ist da. Was für eine Ähnlichkeit von was? Argo kennt mich ja nicht, gell? Der kennt... Äh, der... Ja, das ist Nonsens. Hauptsache irgendwas Schlaues in den Chat schreiben. Schlaues. Ein Zeitreisender. Ja, ja, ja. 15 Jahre. Da war sie... Okay, das ist... Ja. Ist Natsumi. Warum ich diese Sache frage? Ja, weil... Weil... Am Anfang, das wäre halt so ein Spanner, der dann auf sie schaut. Äh. Wie war der? Hä? Wie? Wie? Ja, komm einfach mit mir. Vertrau mir. Mh, ganz wild Fremden. Ja, sicher. Wow. Also, die ist aber wirklich ein Naivchen. Spence Olchen. Wie geht im Sitzen? Ach, Spencer. Ich mochte den Charakter. Das Recht, diese Wohnsituation zu erklären, bei dem Pokerspielen, Alter, diese Szene. Ah, da tat der Spencer mir richtig leid. Und sie teilen sich eine Wohnung mit ihrer Mutter. Ja. Und... Auch ein Zimmer. Und... Was ist mit dem... Bett? Alter. Ach, der arme Spence. Vielleicht bin ich ja nicht männlich, nicht weiblich, sondern beides. Maybe. Ich bin immer froh, wenn meine Frau mich betrug, dass Keller Arthur in der Nähe war. Ah, okay. Das macht Sinn. Ach, Mensch, hab ich das gefeiert. Hä? Also, ich glaub, Ben war das King of Queens irgendwie meine Lieblingsserie. Gerade vom Humor halt, ja. Und halt Duck und die Synchronstimme von ihm und alles. Hat's halt noch einiges geiler gemacht. Hoi. Ich habe nicht an der Mülltunnel geleckt. Ich habe nicht an der Mülltunnel geleckt. Was? Was? Er kann nicht. Komische Reaktion wäre dann, wenn er sich umdreht und siehe so, heilige Scheiße. Das wäre die merkwürdigste Reaktion, die sie machen würde. Heiliges Kanonenroh. Du siehst aber aus. Okay. Jetzt den Vater doch gar nicht. Ach ja. 555 Nase. Ich freue mich, von dir zu hören. Wer spricht da? 555. Ja. Ja, ich hab ja auch so ein Handy. Das erste Mal Arthur ein Handy. 555 Nase. Da wäre schon ein bisschen nervig, so einen Schwiegervater zu haben, oder? Wäre irgendwo lustig, aber auch ultra anstrengend, finde ich. Man kann sehr, sehr viel Spaß mit dem haben, aber der ist ultra anstrengend. Natsumi. Hä? Wer ist Natsumi? Nein. Was? Ähm. Meine Tochter. Natsumi. Ups. Nein. Ich bin Reika. Ja, cool. Das ist, ähm... Etwas unangenehm, finde ich. Also... Mizumi. Was? Werd' um. Werd' um. Werd' um. Werd' um. Das ist... Stage Name? You used at the club? Oh. Mein Real Name. Wie heißt das? Du bist nicht meine Tochter, aber... Ja. Total Fremde. Ja, cool. Hast du gut hingekriegt, Kiryu. Also, das ist supi. Ja. Eins. Eins. Drei. Zehn. Ja, und wie soll ich noch eine Eins davor setzen? Keine Ahnung. Sag, wo ist der Nackedei-Kanal? Wir haben keinen Nackedei-Kanal. Doch, wir haben das auch gestern Abend geschaut. Das waren die Nachrichten. Wir haben doch endlich, wo der Nackedei-Kanal ist. Wir haben ihn nicht. Das ist... Oh Gott. Ah, der Arthur. Wäre halt nicht so lustig gewesen, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Also, vielleicht schon, aber er hat es halt um einiges noch witziger gemacht. Durch seine Art. Hoi. Na, wie lange die auch lief, die Serie. Hey. Ja, genau. Der hat einfach dazu gepasst, ja. Bei Seinfeld war der auch dabei gewesen. Warte. Muss ich überlegen. Jerry Stiller. Seinfeld ist halt auch schon so lange her. Da habe ich definitiv nicht alle Folgen geguckt. Aber der war auch nicht in... War da ein Hauptcast oder so dabei? Ich glaube eher nicht. Also, er war mal dabei bestimmt. So kurze Rollen. Aber er war ja kein Hauptcast oder so von Seinfeld. Also, weil ich das weiß. Ich könnte mich noch nicht entsinnen, dass er irgendwie... Haupt dort war. Oh, reduziert die... Leute, die sich suchen und Gegner in der Nähe sind. Okay. Nicht das hier. Mit der Rothaar, ja. War der Vater von George gewesen. Boah. Boah, wie gesagt, Seinfeld ist halt so lange her. Wer ist noch vereinzelt? Leute, die dabei... gespielt haben. Also, Jerry Seinfeld ist halt selbe. Der kleine Dicke mit der Brille. Der war halt noch später bekannt. Hey, der verrückte Tybi mit den gelockten Haaren. Das waren so die drei Haupt. Boah, aber ich weiß das nicht mehr. Keine Ahnung. Also, ich habe die Serie gar nicht mehr wirklich so im Kopf. Seinfeld, das ist an... Das ging irgendwie an meiner Kindheit irgendwie so vorbei. Also, hier und da habe ich zwar das gesehen, aber... Das war, glaube ich, auch eine ganz andere Comedy. So für mich. Das ging an mir irgendwie vorbei. Aber das wusste ich gar nicht, dass der da... Also, Hauptcast war er, glaube ich, nicht. Also, hier und da dabei war, okay, ja. Wie auch in sehr vielen Ben Stiller Filmen. Du hast eine kleine Nebenrolle oder so. Das war halt in den 70er-Modeln. Und in den 80ern hat er halt viele Serien auch mitgewirkt. Genauso wie hier der... Wie ist der? Der Barney Stinson, Neil Patrick Harris. Der hat ja damals auch in dieser Doktor-Serie, ähm, den Jungen gespielt. Der halt Hauptdoktor war. Guck ich jetzt auch nicht mehr auf dem Namen. Aber kannten wir Europäer nicht wirklich die Serie. Also, ich kenne das halt nicht wirklich. Der hätte ich noch gar nicht wirklich wiedererkannt. Das hat man manchmal mit Schauspielern. Da sieht man die als Kinder und dann denkst du dir so... Hä, irgendwie kommen die dir auch bekannt vor, die Person. Und dann Jahre später sagst du dann... Ah, okay. Die Person. Wie auch das beste Beispiel, hab ich ja damals gesagt. Hier von, äh, dem einen Film. Ähm. Von den zwei Typis. Oder diesen zwei Jugendlichen, die dort, äh, ein... Ähm, eine Frau erstellen wollten. So Cyborg-mäßig. Ich weiß nicht den Namen oder so. Oder wie die hier hieß. Sarah? Oder, keine Ahnung, irgendwie. Und da war ja auch hier der, äh, Robert Downey Jr. Als Kind. Jetzt hat man einfach nicht so wirklich im Kopf gehabt oder so, dass er dort in der Serie, äh, im Film dabei war. New Videoclip. Reike Eiber. Uh. Reike Eiber. So, dann wollen wir hier mal speichern und dann gucken wir mal Reike an. Reike Eiber. Oh, das hier müssen wir auch mal abgeben. Äh. Okay, die müssen wir aber reparieren. Die beiden, die haben noch nicht so viele Schläge mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wie viele die noch haben. Beschüsse. Ups. Null. Null, okay. Wie? Auch null. Stumgang ist auch leer. Slime Spray hat 10, aber ich möchte nicht zweimal. Neun Millimeter. Obwohl, das ist die modifizierte, gell? Zehn. Ich nutze so selten eigentlich die Waffen. Die. Mach mal weg. Secret Wallet. Weil zweimal. Neun Millimeter. Neun Millimeter. Neun Millimeter. Fischt mal weg. Hand of enemies. So. Hatte nur eine andere Synchro. Houser oder so. Doggy Houser, genau. Doggy Houser. Mit 97 Folgen. Genau, 89 bis 93. Genau, Doggy Houser. Das war Neil Patrick Harris, genau. Bei einigen Schauspielern, da musst du halt zwei, dreimal gucken. Muss du da erstmal überlegen. Warte mal, die kennst du auch aus der und der Serie. Ich glaube auch das beste Beispiel oder so. Big Bang Theory. Wo die einzelnen, also die vereinzelten Schauspieler schon irgendwo gespielt haben. Also nicht alle. Aber gerade hier Amy, Farrah, Fowler, müssen die meisten auch kennen, wo sie gespielt hatte. Also ich komme jetzt nicht auf den Originalnamen, irgendwie ist es Mariam, irgendwas, irgendwas. Wo sie damals gespielt hatte. Oder der Leonard Hofstadter, der bei Rosanne dabei war. Und in Big Bang Theory gab es ja auch noch die eine Wissenschaftlerin dort, die auch bei Rosanne die Tochter gespielt hat. Die war ja auch dort. Und halt die Schwester von Rosanne war ja auch in Big Bang Theory vertreten. Gerade da sind halt sehr, sehr viele. Ja genau, plassend. Genau. Halt auch nur einmal gesehen. Ja, keine Ahnung. Deugihauser kennt, glaube ich, eher noch meine Mutter damals noch gesehen. Weil die eher so Serien gemocht hat oder so. Keine Ahnung. Wo was halt mit, äh, äh, Klinik-Sachen waren oder mit Ärzten. Hat eher so meine Mutter sowas eher geguckt. Ich kenne das zum Beispiel gar nicht. Dorgi Hauser, das sagte mir gar nichts. Ich weiß nicht, ob das überhaupt in Europa eh rauskam, so wirklich. Aber manchmal entdeckt man halt so gewisse Schauspieler. Da muss man halt gucken und dann erkennt man die noch aus ganz, ganz alten Filmen oder Serien. Dann sagt sie auch so, ah, okay. Oder hier. E.T., der Film. Das kleine Mädchen. Denn auch die meisten. 91 auf E7. Ich kann mich nur an Folgen bei Super RTL. Warum schreibst du das dann aus? Super RTL. Warum schreibst du das dann aus? Super RTL. Das wäre geblockt bei mir. Kennt noch jemand? Parker Lewis. Boah, Parker Lewis. Ja, sagt mir auch was. Was war da nochmal? Parker Lewis. Auch aus den 90ern eine Serie, gell? Oder irgendwas. Oder eine Person, die da raus war. Das ist so aus den 90ern. David Bayer-Rosen war der Lenny dabei. Genau, genau. Mayim Chaya Bialik. Ja, ja, die war das. Das war Amy. Genau. E.T., der Film. So, gab es noch eine Serie dazu? Warte. Warte. Nee. Habe ich das irgendwie gesagt? Nee. Ich meine den Film. Ich meine den Film. Serie gab es nicht dazu. Es gab nur ein sehr, 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 sehr schönes Game auf dem Atari. Ach Gott, oh Gott. Boah, die Entstehungsgeschichte hinter dem E.T. Spiel, das muss man mal angucken. Ey, das war auch sehr, sehr witzig. Weil, das musste halt ein Spiel sein, was halt auf die Schnelle gemacht wird. Und ich glaube, der Typ, den man das beauftragt hatte, der sollte innerhalb von, ich weiß nicht, ob da das innerhalb von drei Monaten fertig sein sollte, das Spiel zu entwickeln. Aber nicht länger. Und daraus kann dann halt E.T. das Atari-Spiel. Ist ja zu erwarten, wenn man nur so wenig Zeit hat dafür. Das ist, ja. The which guy is saying I should go in the theater square if I want. Woher kenne ich, dass Park Halewis? Wo kann ich jetzt den Namen? Guten alten 90er. Es gab auch einen Rekrut bei E.T. Einmal mit Waffen und ohne bei der Verfolgung. Warte. Boah, Gott, wenn ich das noch weiß. Ein Rekrut bei E.T.? Keine Ahnung, wie du da meinst. Paul David Kraft war auch bei Rosane dabei gewesen. Als Beispiel. Paul David Kraft. Rekrut. Ach so, beim Rekrut. Beim Rekrut. Ja, okay. Ja, ja. Ein Rekrut? Es gab einen Rekrut bei E.T. Einmal mit Waffen und ohne bei der Verfolgung. Ach, was man dann einfach rausgeschnitten hat, weil es halt nicht kinderfreundlich dann war. Obwohl E.T., wenn man sich das als Kind angeguckt hat, eh nicht so wirklich kinderfreundlich war. Tackleberry. Tackleberry. Der ist, ja okay, die meinst du, ja, ja. 2. Der Tackleberry-Schauspieler. Ja, bei einigen Filmen und Serien kann man Leute entdecken, die man heute erst erkennt, wenn man sich dann fragt oder so, hä? Haben die da wirklich gespielt? Ja, ja. Leider verstorben. Ja, ja, ja. SE gibt es beide Versionen. Ich kenne halt nur die Fernsehversion oder so dort, weil, ja, aus der Fernsehausstrahlung oder so dort, dann war das halt die, die halt becuttet war. Also, sagen wir mal, ja, das ist ja nicht viel gewesen, sondern halt ein paar Sekunden, wenn überhaupt. Aber ist ja halt immer so bei gewissen Filmen, aber, ja. War, glaub ich, aber auch nicht so tragisch, oder? Wenn die jetzt dabei gewesen wäre. Ist ja kein Heer der Ringe. Wenn man da jetzt die normale Version vergleicht und dann halt diese, äh, keine Ahnung, Special, so-und-so-Dings-Version, wo man dann halt viel mehr erzählen, viel mehr Wissen angeeignet bekommt, da lohnt es sich halt wirklich, da die kompletten Versionen anzuschauen. Nicht die, die halt nur im Fernseher ausgestrahlt wurden. Gerade so bei Monster-Projekten. Aber ja. Ist halt die Filmbild. Der Mark von Becky ist auch schon tot. Ja, und was ihr, ihr habt es auch mitbekommen, wer auch vor kurzem verstorben ist, gestern oder vorgestern. Ray Liotta. Auch ein sehr, sehr beknallter Schauspieler. Und Synchronsprecher. Grand Theft Auto, Vice City. Ach Gott. Die Stimme von denen. Ray Liotta. Ruhe in Frieden. Auch nicht gerade alt geworden oder so. Ich glaube auch mit 67 oder so. Also auch vor, ja vor zwei Tagen oder so, glaube ich, die Meldung, dass er verstorben ist. Wenn man sich dann die Liste anguckt oder so von seinen ganzen Filmen und die ganzen Synchronenrollen, die er da hatte. Alter Schwede. War auch so gut gewesen in der Spielwelt. Ja. 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 Wie viele Kinder, Stars, kommen mit den Enden von Serie nicht klar. Wie viele Kinder, Stars kommen mit den Enden von Serie nicht klar. Ja, es kommt halt drauf an. Also die Stars an sich, die kommen ja, die kommen dann schon damit klar. Da gehe ich mal von aus, aber selbst da gibt es auch Ausnahmen. Aber was für ein Druck manchmal dahinter ist und so, ja. Das vielleicht. Und später hört man dann halt von einigen Schauspielern halt gar nichts mehr. Also, keine Ahnung. Siehe, so viele Stars oder so aus den 90ern oder so dort aus dem Buffy-Universum oder aus, äh. Keine Ahnung. Gibt es halt so viele Beispiele, wo die dann später oder so bis zu einem gewissen Zeitpunkt noch vertreten waren. Und danach waren sie weg. Keine Ahnung. Da kennst du die Schauspieler halt nur aus diesem einen Film. Das war's. Oder gerade hier auch besser, bestes Beispiel bei, bei Buffy. Erkennt ja der ein oder andere auch hier den Sender. Das Auge der Gruppe, gell. Wie man so schön sagt. Also immer der, der die Gruppe immer da war für Willow und die anderen, äh. Äh, wusste ich auch erst nicht, oder so, dass er einen Zwillingsbrüder hatte, der auch in der Serie gespielt hat. Sei es als Stuntman vertreten oder in einer, in einer Szene oder so, dort war er dort als, äh. Äh, Doppelgänger vertreten. Man sieht ihn halt wirklich, äh. Wirklich, äh. Ultra ähnlich, weil er halt Zwillingsbrüder, wusste ich halt auch nicht. Am Anfang. Ja, Willi Tenner, ja, 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 von Alf. Ja, ja, stimmt. Gary Cuffrey von den Jungen hat man auch nix mehr gehört. Gary Cuffrey? Gary Cuffrey? Wie war das an? Von den Jungen? Von den Jungen? Du meinst bei, bei, bei was? Bei E.T.? Bei, äh, bei was? Also ist bei vielen halt so. Oder die, ja. Auch ein klassisches Beispiel, McCarly Culkin. Oder hier der, der eine Junge, der bei Terminator mitgespielt hat. Wie die abgerutscht sind. Also. Kann halt auch so passieren, dass sie abstürzen. Max Wright. Hab auch die eine Indur von Batista gesehen. Das nach dem WWE-Weggang, das war alles passiert, ist. Das Comeback bei irgendwas kam. Ja, ja, ja. Turm, bankrott, keine guten Rollen. Ja. Ach, den meinst du, der Junge? Was, wenn's, äh, H725, der kleine Junge. Ja, der ist halt ein... Der war halt wirklich nur in den Filmen bekannt. Ich wüsste jetzt nicht wirklich viele Rollen oder überhaupt welche Rollen, die er noch gemacht hat. Aber das ist halt so, bei vielen. Bei vielen Kindern irgendwie, die halt nur eine Rolle hatten. Oder auch ein gutes Beispiel hier bei, äh, gerade weil ich sag mal, der kleine Bruder hat ja auch mitgespielt. Und den erkennt ihr ja auch bestimmt. Wenn ich sage, wer, dann sagt ihr so... Ach, das war der kleine Bruder? Und zwar... Gab's doch da dieses Familientreffen. Da gab's auch immer diesen kleinen, nervigen mit der Brille. Der dann von einem Stuhl durch eingequetscht wurde. Da ist der kleine Bruder von dem gewesen. Da ist der kleine Bruder von Mikali Kalken gewesen. Auch irgendwie witzig. Wenn man das dann später nachmisst. Also mit Schulden und Bankrott oder so, das kann halt bei so vielen Stars passieren. Wenn sie halt falsch mit dem Geld umgehen. Und, ja, überleg mal, der hat ja nicht wirklich viel eingenommen oder so bei... Nicht mal bei den Avengers. Ähm, also du meinst jetzt hier bei... Ach, der war ja vertreten hier bei, äh... Wie is it? Da war doch der Boom bei denen. Bei den galaktischen so und so Kriegern. Ihr wisst, was ich meine. Mit Crude und so. Also da war doch ein Boom mit Batista. Also dadurch ist er da doch wieder so ein bisschen mehr in... Ja. Aber das kommt halt bei Schauspielern, die... Wenn auch schnell dann bankrott werden. Jetzt gibt es Stars, die kamen ganz groß raus und dann... Machen sie einmal was und dann... Ja. Put. Und ganz schnell passieren. Gerade wenn es um Geld geht... Manche Schauspieler, die machen es richtig und die lassen sich halt nicht irgendwie den Stress so anmerken oder... Weiß ich nicht... Wo an sich ran... Den Stress sollte man auch von Kindern fernhalten oder so bei den Filmen. Aber ich weiß noch nicht, wie die Regelung ist bei, äh... Bei Amerika mit, ähm... Mit Drehzeiten und das und das. Also wir haben ja hier in Deutschland auch, ähm... Wenn man minderjährig ist oder so, gewisse Zeiten, wie lange man auch nur... Drehen darf... Nur... Maximal vier Stunden oder so dort, wenn man minderjährig ist. Du darfst keinen... 8, 12 Stunden Dreh haben am Tag. Äh... Wo würde ich das hin? Hier... Ebi... Ebi so gut... Ebi so... Ebi so gut... Und die Olsen-Fans... Seine Schwester macht alles richtig... Und, äh, die... Wo steht, äh... Steht die? Ja. Oder ist das, äh, die große Schwester? Äh... Du meinst die dritte Schwester? Du darfst sie nicht verwechseln mit der dritten Schwester von den Olsen-Fans. Die Olsen-Fans, die sind ja... Ähm... Ashley und Kate. Und die, die es eigentlich geschafft hat, ist ja... Die... Die jüngere Schwester, glaube ich. Die hat's geschafft... Aber nicht die zwei, Ashley und Kate, die meine ich nicht. Sondern es gibt noch eine dritte Schwester. Oder... Ja, die haben drei. Also drei Mädels und zwei Brüder sind es, glaube ich. Und die hat's halt eher geschafft, ist nicht Ashley und Kate. Also nicht Mary-Kate und Ashley. Die hieß es nicht, sondern... Die, die es geschafft hat, ist ja... Ach, ich komm nicht auf den Namen von der Olsen. Aber das ist halt die dritte Schwester. Werde ich angegriffen auf übelste Art? Was? Wo wirst du angegriffen? Hä? Wie... Wo... Was? Hä? Wo... Was? Hä? Wo? elizabeth 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 ist es die olsen müssen wir gucken oder so dort weil man darf die olsen twins nicht verwechseln mit der dritten schwester ich dachte auch am anfang also es gäbe nur diese aber es gibt ja noch eine dritte schwester und die haben ja noch zwei brüder glaube ich alle sind irgendwo im film vertreten gewesen oder so mehr oder weniger wo die zwei brüder glaube ich eher nicht waren bei der army oder so oder bei marine oder sowas das war es das glaube ich an elizabeth wenn das die ist das ist halt die hat mehr oder weniger geschafft so damals wo ich irgendwie einen film von ihr geguckt haben da dachte ich also warte mal die kommt mir so bekannt vor der blick oder so von den olsen twins schon so hey ich habe nachgeguckt oder so nach dem namen ich also warte mal sind ich mary kate und ashley ok die haben noch eine dritte ok das wusste ich halt gar nicht das gehört aber nicht wo du bist ok und da wirst du auf übel zu beleidigt oder was einfach so grundlos wo ich nicht bin ok wieder der fall von damals ach ja marco ansonsten schreibt einfach privat eher die sachen hier nicht irgendwie hier drin weil das ist halt 10 millionen wieder 17 millionen 189 geboren ist also die kleine schwester von beiden fans ja ja meine ich doch deine schwester aus erster ehe ja die hat einen erfolgreicheren weg gehabt als das heutige mary kate und ashley holsen also ist halt meine auffassung also wenn du überlegst wie der abstieg jetzt theoretisch von den zwillingen heute ist da hörst du halt gar nicht wirklich was also vielleicht noch hier und da oder so wegen der mode wegen modelabel irgendwas vielleicht oder so dort aber sonst filmmäßig gar nichts mehr sondern nur die kleine schwester die alles ich sag's halt geschafft auch wenn wir nicht so wirklich große rollen irgendwie hatte okay ich kann schon mal hinschauen dann story naja Jupp, okay. Für eine Million, dann bekomme ich Scotch Whisky. Warum bekommt man da nicht Teller? Das ist halt total random, was man bekommt. Was ist da hinten? Huch. Ich bin ja auch viel sympathischer als die Zwillinge. Und ohne die andere geht auch kaum noch was. Schon schlimm für beide. Ja, ja, ja. Ja, daher meine ich es halt. Also da macht die Elisabeth halt das richtig, was halt die Twins nicht so wirklich machen konnten. Also vor allem halt eigenständige Sachen. Ich bin nicht irgendwie jemand, dass die Eltern oder so dort die Hände da drin hatten und alles. Hier, warte. Also wenn alles S wäre, dann wäre es, glaube ich, am profitabelsten. Dreieck oder so geht das halt nicht. Ich würde mit Kreismissert, aber ich würde keine 28 Millionen ausgeben. Blanker Pro. Behrer. Na, 400.000 können wir halt noch ausgeben. Hier ist Roll. 180. 80.000. Wollte ich da bessere? Ne. Der ist halt wirklich sehr, sehr gut. Hat halt weniger Minus-Sachen. Weil hier vier Sterne, aber hier... Minus drei das und minus vier das. Und ist der hier wirklich eigentlich am effektivsten momentan noch. Gan-Gan-Gan-Kasseg-Guze. So. Nehmen wir das ja. Man kann aber theoretisch gut Geld verdienen. Ich muss mal gucken, welches Gebäude ich auch noch demnächst hier noch kaufen kann. Also man kann auch viel mehr von der Stadt kaufen und einnehmen. Soll ich irgendwie eine Voraussetzung immer haben dafür. Ja, ja, ja. So geschickt. Ist aber nur ein Teil, weil Discord darf man keine 2000 Zeilen kopieren. Ja, ich weiß. Hat halt eine Begrenzung. Muss du halt um die Hälfte. Oder halt... Nein, mit Screenshot kannst du das ja nicht wirklich. Muss halt Hälfte, Hälfte oder sowas machen. Level drei ist es. Ach, hier kann ich auch noch was machen. Gut Pen-Name. Gut Pen-Name. Kazuma-Kia-Yu. Judge... Judgement... Cassie. I heart Nishiki. Ja... Nee, ja, nee. Judgement... Judgement... Kassie passt halt... Oh, Judgement anders hat er geschrieben. Ich habe... Ja... Ich habe... Ich habe... Nishiki... Okay. Gut. Ach, Mann. Ja, gut, dann... Ja, gut, dann Judgement-Kassie hier neben. Das war bei dir, Marco, ständig irgendwie so Streitigkeiten oder so da kommen. Also ich habe aufgehört, irgendwie so Diskussionen über Discord in den Leuten zu schreiben, weil... Ja... Entweder sind es halt eh nur die gleichen oder die Leute... Die spielen halt kein Tennis mit mir. Und deswegen kann ich keine Diskussionen mit denen... Oder... Ja... Mit denen eingehen, weil... Da kommt halt entweder nur Grütze raus oder... Löder Kommentar. Ja, ich schreibe eine Postkarte. Okay, das zählt dann als Nebenquest hier. So... Uh... Uh... The Visionary Fortune Teller... The Pizza Visa... Undercover and commercial... The Human Trafficking Ring... New from Me Jesus... The Last in NSM... The Last in the Pilgrim... The Last in the Pilgrim... The Last in the Pilgrim... Being a TV Producer... Becoming a Daddy... The Shrink-Ripped Dream... The Miracle Walk... The Miracle Walk... Girlfriend with a Secret... The Video Girl... The Video Girl... The Video Girl... The Miracle Walk... The Shrink-Rapped Dream... Lesson in SM... Undercover in Kamorosho? Ich würde schon Undercover in Kamorosho. Maybe. Ja, schreib über den ganzen Tisch. Beziehe solche Leute an. Nebenbekommt ein Privatproblem und nicht Discord. Ja, aber nur weil du mit den Leuten halt Diskussionen führst oder ... Das Problem ist halt manchmal, wenn du etwas schreibst, dass man nicht wirklich das versteht, was du eigentlich meinst. Verstehst du? Weil ohne Punkt und Komma ... Und man kann halt keine wirklichen Aussagen richtig rauslesen. Das ist halt das Schwierige. Gerade wenn man halt vernünftig, ernsthaft mit Leuten schreiben will. Und in der heutigen Welt musst du halt immer mit Emotion und ... Emotes halt arbeiten oder irgendwie in Klammern was setzen oder in Gänsefüßchen was setzen. Weil sonst fühlen die Leute sich halt alle angegriffen oder du musst halt ... Ja, argumentieren können. Das ist halt so das Problem manchmal. Und bei dir ist es halt so, bevor du halt etwas argumentierst oder was Dummes schreibst, machst du halt einfach nur ein blödes GIF-Bild und kannst den anderen gegenüber ja noch reizen. Also noch mehr reizen. Weil du einfach ja sagst einfach so, ja, wo haben wir ein GIF-Bild? So. Manchmal ist es hilfreich einfach gar nichts zu schreiben. Du musst ja nicht immer deinen Senf dazugeben. Also, muss ich auch nicht. Hi. Aber ich bin halt einer, der halt die Person dann direkt auch anschreibt oder direkt dann halt ... bewusst anschreibt oder so. Und sagt oder so, hier ... Was hast du überhaupt für ein Problem? So oft ist das halt dann ... Ja, wenn das halt die eine Person ist, von der ich das denke von damals, dann ... gibt's auch Personen, da ist Hopfen und Malz einfach verloren. Da kannst du schreiben und tun und lassen, was du willst. Was? Lieset halt so. Ohne Punkt und Komma. Ich. Punkt. Bin. Punkt. Heute. Punkt. Extrem. Entspannt. Ja. Was ist das halt? Also, das liegt aber nicht daran oder so, dass ... Ja. Dass der Marco zu faul ist oder so. Das ist halt manchmal so wie eine Lese-Schreibschwäche oder sowas. ... ... ... ... ... ... ... Gerade beim Schreiben muss man halt wirklich ... 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 Weißt du, wer Argo ist? Argo ist eigentlich eine Mission aus Barney Stinson. Nur mit weniger Erfolg. Zum Teil Leonard Hofstetter. Sheldon nicht wirklich. Sheldon nicht wirklich, nein. Nein, weil der Unterschied ist der, dass Sheldon Gefühle oder Empfinden nicht wirklich wahrnehmen kann. Argo kann das empfinden und so wahrnehmen. So anstrengend wie Sheldon Cooper ist der nicht, nein. Er ist halt einfach, er ist halt der Klassenclone. Der ist halt einer, der schon gerne im Mittelpunkt stehen möchte, auch wenn er es nicht stehen möchte. Aber insgeheim schon. Aber das machen halt Menschen, es gibt besondere Menschen, die das machen. Aus Gründen, warum die das machen. Ist wie Leute, die eigentlich Angst haben und lachen. So ungefähr ist das beim Argo. Das ist nicht eine Beleidigung, also dort, das ist eine Feststellung. Nicht eine Tatsache, sondern eher eine Feststellung. Was ist das hier? Ja, das war das. Da hatten wir ja noch ein Video von der Raika. Zum Angucken. Haben wir uns auch noch nicht angeguckt. Liebe Raika. Sei denn, ich muss hier durch. Ich muss mir ein sehr, sehr spannendes Video angucken. Hier oben. Nein, 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 nein. Der Howard, oder? Ich kenne ja privat jetzt nicht alles von dem, aber ich habe ihn ja privat schon kennengelernt. Also, ich kann sagen, der ist kein Schelden. Das kann ich halt schon mal sagen. So ein Howard, auch nicht wirklich, weil ein Howard... Nee, ein Howard, der hat Probleme wegen der Mutter und alles und nee, gar nicht, also dort. Aber teils, Teile von Howard hat er, ja, doch, doch. Also dieses... Nicht übermütige, aber dieses zu denken, er wäre was. So, manchmal. Das kommt manchmal halt raus bei Leuten oder so dort, die halt, äh, voller Selbstvertrauen strotzen. So. Das ist bei so Leuten halt. Ich kenne das nicht. Ich habe nicht so viel Selbstvertrauen. Ich brauche auch nicht vorspielen, dass ich das Selbstvertrauen hätte. Aber ich kann mit Frauen reden, ohne mir ein... Keine Ahnung, ohne mich einzuscheißen. So, das ist halt schon mal... Puh, sowas. Liegt aber auch daran, ich habe halt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis halt sehr, sehr viele Freundinnen. Also, das war halt irgendwie immer so. Ich habe mich eher mit einem Frauen verstanden, als mit einem Kerl. Und die konnten sich halt, ja, besser mit mir verstehen. Und die Kerle, die waren... Ja, verschiedene, ne? Und ich habe ja nicht in meinem Freundeskreis so Leute, die da irgendwie so, äh, titten, äh, 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 so Freunde hatte ich ja nie gehabt oder so dort, die irgendwie auf Äußerlichkeiten nur so gedacht haben oder so, oder auf Partys gehen. War ja nicht meine, war ja nicht meine Freunde. So, reicher Video, gucken wir uns mal an. Ach ja. Gucken wir uns mal diesen Actionstreifen an. Das sind halt alles wirklich, ähm, Darsteller in, ähm, Erwachsenenfilmen. Kann man sich wirklich Namen googeln und, ähm, ja. Geht auch eher um den, um die Charakter von Howard. Ja, ja, zum Teil, ja. Auch nur zum Teil. Nicht alles, aber, äh, ja, schwer. Ja, also eine Mischung aus Barney Stinson, aber Barney Stinson ist halt wirklich ein, ein Macher, ein, äh, er zweifelt nicht wirklich so an, an sich oder an seinem Können. Verstehst du? Howard ist einer, ähm, der ist kleinlaut. Er hat aber eigentlich keine Probleme mit Frauen zu reden. Er weiß, wovon er redet. Mehr oder weniger. Ja, zum Teil, ja, ja. Und zum Teil halt, ja, wie ein Klassenclown. Jeder hatte doch in der Schule einen Klassenclown gehabt. Ist halt so. Und ich, ich war nie Fan von Klassenclowns. Andere fanden das witzig oder so, dort. Ich fand's einfach nur ultra unangenehm. Das halt. Aber ich bin ja selber so einer. Ich weiß, dass Leuten, wenn ich etwas mache, was ich für witzig halte, und andere Leute können das aufstoßen und sagen, es ist ultra unangenehm. Es ist Grinch. So. Aber das ist dann bewusst den Leuten. Daher machen die Klassenclowns das ja. Es ist denen halt bewusst, dass sie sich halt irgendwo zum Affen machen oder komisch aufstoßen bei Leuten. Aber die wollen halt was verdecken. Was meine ich? Hab ich auch gerade gemerkt. Was gerade bemerkt. Oder wie bei anderen rüberkommt. Ja. Oh, das ist schwierig. Der Argo, der ist eigentlich ein ganz Lieber. Aber der ist so einer, wie gesagt, das erste Mal, als ich den kennengelernt habe. Ähm, der guckt sich erstmal die Leute an. Und da gibt einer zum Beispiel irgendwie, der redet über etwas, egal was es ist oder so. Ob es ihn jetzt irgendwie, äh, befreit oder irgendwie, äh, was Positives ausstrahlt oder so. Dort, wo er sich halt, keine Ahnung, wirklich interessiert dafür. Und Argo ist ein Reinkrätscher. Er krätscht halt in einen, in einen Satz rein und versucht ihn dann halt irgendwie aus der Reserve zu locken. Um ihn da irgendwie, weißt du, so, um zu gucken oder so, wie der Gegenüber reagiert. Gibt's halt so Leute, die dann versuchen, auf Teufel komm raus, witzig zu klingen. Und sie wissen eigentlich, oder so, ja, der Spruch, der klang in meinem Kopf ja schon sehr, sehr witzig. Aber im Gegenüber kam der halt einfach gar nicht witzig an. Warum nicht? So, und das ist halt einfach das ständige Problem beim Argo. Das ist normal. Und so hab ich ihn kennengelernt halt. Wo ich dann dachte so, ah, Schengel-Klopf, er ist so witzig. So. Ist halt einfach so, weil ich... So Charaktere, die fress ich halt. Ist halt einfach so, ja. Ich verstehe, warum er so geworden ist oder warum er so ist. Aber da muss man halt mehr in die Vergangenheit graben. Und das mach ich nicht. Nicht hier im Stream. Das geht halt keinem was an. So. Old Fashion Ramen Shop, da hab ich bestimmt alles schon gefuttert. Eigentlich geh ich hier nur noch überall hier rum, aber ich find nicht wirklich Nebenaufgaben. Obwohl definitiv überall noch Nebenaufgaben sind und... Es sind so wenige, die ich bisher habe. Sub-Stories. Befriend. Mr. Libido. 80 von 100. Pocket Cursed Fighter. Ja, okay. Miri? Ja, ich glaube, da muss ich aber noch... Dings, warte mal. Was hab ich denn jetzt eingenommen bisher? Äh, das hier? Hm. Ich glaub, hier hab ich irgendwas, glaub ich. Ich glaub, ich muss immer irgendwie weiter hoch. Warte. Eine Sache, die war, glaub ich, zu teuer. Die kann ich ja nicht einnehmen. Ja. Aber wie gesagt, ich hab halt... Unzählige Leute kennengelernt mit verschiedenen Charakterzügen oder so dort und irgendwann lernst du halt einen Charakterzug richtig kennen und verstehst auch halt den Sinn hinter diesem Charakterzug, warum einer so ist. Und so einer, der dann ständig in Gespräche reinkrächt und irgendwie so nach Aufmerksamkeit bettelt regelrecht oder so dort, da merkst du halt schon, woran es ihm fehlt oder was er braucht. So. Und irgendwie hat mich auch so, ja, war sympathisch. Man kann sich unterhalten, gell, sagt man. Obwohl ich dich manchmal auch überfordere mit dem Um-die-Ecke-Dingen. Nee, 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 nee. Du umschreibst die vielleicht ganz komisch, wo ich dann erstmal nochmal nachdenken muss, weil ich dann einfach so denke so, boah, Gott. Aber das liegt halt daran, ich kenn dich ja persönlich nicht. Also du weißt ja, wie du was meinst und wie das ankommt bei anderen oder bei deinen Freunden, aber du weißt ja nicht so wirklich, wie das bei mir ankommt. Weil ich kann ja das dann anders da empfinden oder anders da deuten. So, das ist halt ganz normal. Aber ich hab jetzt nie wirklich dumm über dich gedacht, negativ über dich gedacht oder irgendwie gesagt oder so, komm. Verstehst du? So. Nie. Also da hatte ich schon andere Beispiele hier genug gehabt. Aber die kommen halt definitiv nicht mehr hierhin. Weil ich vielleicht einfach, äh, ja, direkt bin. Hm, hier wollte ich drücken. Ja. Über deinen Streamtiteln. Ja, 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 ja. Weil ich manchmal selber überlegen muss, was hab ich dann nochmal für einen Streamtitel eingegeben. Und du dann darauf bewusst irgendwie was schreibst, was mit dem Titel zu tun hat. Und ich erst mal überlege, hä, was redet er da für ein, hä, was meint ihr? Und dann muss ich mir überlegen, ach so, ja, ich hab ja meinen Titel so eingetragen, okay, dann, ja. Bin ich aber auch selbst dran schuld, weil ich muss doch wissen, dass Leute dann auf den Titel doch irgendwie eingehen. Daher machen doch viele das mit irgendeinem ganz blöden Sätzen, Witzen oder Anekdoten oder... Also ist halt bewusst... Alter. Mann. Oh, jetzt war aber vor mir der Mr. Shaker, aber der ist, glaub ich, jetzt abgehauen, oder? Ja, Mr. Shaker ist abgehauen. Ah, vielleicht zum Glück ist er abgehauen. Weil der hätte mich eh wieder besiegt und dann wäre das Geld halt eh wieder weg. Ja, ZDF mit dem zweiten. Ja, 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 ja. Ja, aber das, das kommt halt recht selten hier vor. Das ist ja nicht, was mich stört oder nervt. Verstehst du? So, beim Argo ist das zum Beispiel oder so, ich, ich bin's nicht anders da gewohnt. Ich hab aber auch schon Leute gehabt oder so dort, mit dem hätte der... Wäre er vielleicht nach einer Zeit im Clinch gewesen, mit dem Puma. Weil Puma kann auch ein libaneter Mensch sein oder war auch ein libaneter Mensch hier im Chat. Aber sobald zum Beispiel eine Lady anwesend war, also Mädel, egal wer das war, im engeren Freundeskreis von mir oder halt, die halt schon lange im Chat sind oder meine Mods dort sind, da merkt man oder so, der war halt ultra anders da. Und so, oh mein Liebling und so und so und so und so und wie geht's dir, meine Süßi? So, das kam halt ganz komisch rüber immer. Und da bin ich überhaupt kein Freund, wenn man sich halt ganz komisch verstellt oder so, nur um den anderen zu gefallen. So. Aber gibt's halt auch so Leute. Okay, also das kann ich noch nicht kaufen, aber die Dings hat ja was gemeint. Warte mal, das Pachinko? Es gab auch eher eine teure Sache. War das das Pachinko? Das Pachinko war das. Oh, mir fehlt irgendwie der Tragi-Style. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass Kiwami viel schneller war. Selbst der Rush-Stil, der ist hier langsam. Also für meine Verhältnisse, langsam. Obwohl der Rush-Stil schnell ist, aber irgendwie in Kiwami kam der mir schneller vor. Okay. War das das Gebäude? Irgendein Pachinko war zu teuer, was ich mir noch nicht leisten konnte, oder? Ich hab ja die untere Kette gekauft. Also... Ich weiß nicht, wie viel ich da überhaupt noch ankaufen kann. Man sieht ja manchmal die Schilder, wo man was kaufen kann. Aber hier... Deswegen... Also ich hab hier... ...schon sehr, sehr viele verschiedene... ...Charaktere gehabt. Ach, ich muss ja näher rangehen und dann Look machen. Zehn Millionen. Zehn Millionen 800. Leisure King. Leisure King. Aber warum nicht das? Warum nicht das? Leisure King. Leisure King. Mal gucken, ob ich noch irgendwie... ...zehn Millionen... Leisure King. Leisure King. Mehr. Böse Buben. Eigentlich was anderes machen. Okay, ich lese gleich. Habt ihr schon was von neuen Yakuza gehört? Jemand meinte, es gäbe ich schon Leaks dazu. Noch keine gefunden. Hier? Nee. Nö. Noch keine gesehen. Keine gesehen und gehört oder so dort. Ich hab... Twitter, Insta, etc. Alles im Auge. Ach, hier! 18 Millionen. 18 Millionen. Okay, okay. Also hier war das. Boah, man muss ja diese ganz kleinen Läden ja angucken. Also Look. Okay, das ist halt... Okay. Soll man da auch noch rein kommen? Oder rein kommen. Ja, ich muss also überall bei den Läden gucken, wegen Look. Also da raufschauen, ob da... Also da raufschauen, ob da... Also da raufschauen, ob da... Okay. Ich weiß nicht, ob das hier geht oder... Ich muss erst mal eine Straße kaufen. Okay, also das Katschenko, das andere 18 Millionen und das andere war 10 Millionen 800. Ne? Was ist los? Aber es müsste auch theoretisch noch bisschen dauern, bis ein neuer Yakuza-Teil rauskommt. Obwohl Like a Dragon ist... 2019? Oder? Machen wir es 2019 raus. Ja... Mal gucken. Ich werde jetzt nicht Akusa achten gehen. Entwickler Rihara Ruhbuckstudio hat... Unmissverständlich klar gemacht, dass Akusa über Like a Dragon hinaus fortgesetzt wird. Und angesichts des Entwickler... Regierungszyklus... Vergangenheit erraten, ist es möglich, dass Akusa 8 bis Ende 2022 oder 2023 fertig sein wird. Ja, Google... Ja, Marco... Das sind halt so Sachen... Ja... Du kannst auch so Sachen googeln wie Final Fantasy 18... Die Koden 9... Oder so Sachen... Also bis man Klarheit hat oder so, muss man halt eh warten. Und da ich halt die Seite verfolge, also von dem Studio selber, weiß ich halt auch nur diese eine Info, die sie dort halt selber sagen. Und wenn das halt nicht von dem Studio selber kam... Ist es nur ein Gerücht... Oder halt ein... Leak... Von irgendein Ex-Mitarbeiter oder sowas. Aber ich folge der Seite ja auch oder den Entwickler ja auch... Von Yakuza. 13 Millionen... Okay, ich muss also besser drauf schauen hier auf... Look... Das ist jetzt... Das Nebengebäude hier. Okay... Ah, das Problem ist halt... Man bekommt halt nicht wirklich viel Cash. Außer ich gehe öfters halt in die Firma rein. Wenn ich jetzt in die Firma reingehe... Müsste ich jetzt glaube ich doch wieder das Geld reinbekommen. Hm... Bei Lost gab es doch auch ein offenes Ende... Zu einer möglichen Fortsetzung. Ja... Aber... Wie sollte es dann heißen? Also es musste dann irgendwas... Irgendwas ja sein, was halt... Damit verbunden war. Dann könnte man ja genauso sagen hier... Noch weitere DLCs. Das... Das kann ich mir vorstellen. Ja... Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. So wie... Ähm... Mit dem Kaito. Nur halt mit anderen Parakieren noch. Nur halt mit anderen Parakieren noch. Silverblade... Silverblade gar nicht so schlecht. Ich muss halt öfters... In die Welt zu farmen oder so. Hier immer in dem... Linksgebäude hier hin. Hier hin. Ja... Aber könnte sein, dass es... Irgendwann trotzdem davon gibt. Ich lasse mich einfach überraschen. Gerade... Gerade was Yakuza angeht oder so bin ich halt... Jetzt irgendwie noch mehr gefixt. Auf sowas. Deutsche Song? Mirosama! Gokiggen! Ika gada? Showtime! Shikai no... Dolce Kamiyaru! Ich hab ja schon mal die... Okay? Wir müssen hier hin. Dolce Kamiyaru! Ohagaki! Dolce! So schnell sind schon vier Stunden um, gell? Guck mal auf die Uhr. Ah, das geht richtig fix. Aber ich mach denke ich nur noch bis um ein oder so. Ah, morgen auch noch ab 17 Uhr Zeit. Ich hab heute morgen angefangen oder so dort hier... Äh... Die vierte Staffel zu Stranger Things zu gucken. Bin jetzt gerade bei Folge... Sechs? Ja. Folge sechs. Was? Wenn man merkt oder so dort... Boah! Gerade von den folgenden Längen, ey! Also jede Folge eine Stunde 15. Und die letzten Folgen, soweit ich weiß, sogar Spielfilmlängen. Das ist... Alter! Ja. Gerade die erste Folge von Staffel 4... Ist schon so ne geile Serie. Der Posca didn't make the cut. Okay. Okay. Ah, da muss ich vielleicht so ein bisschen... Mehr anlocken. Girlfriend with a secret. Stimmt, kommt doch da was raus. So. Wird ja das kommen, aber... Würde anders heißen. Ja. Maybe. Hoi. Ich lass mich einfach überraschen oder so dort. Ich lass mich nicht irgendwie auf gewisse Leaks ein. Oder auf irgendwie... Gerüchten oder so Sachen halt. Das ist gut. Whatever you do... Don't read it. Never ever read it. Huh? Ist schon sehr, sehr interessant, wenn die einen dort im Radio erwähnen. Ich weiß nicht, was haben passiert. Uh, Payout. 20. Okay, okay, okay. Okay. So. Nächstes, was Rang S ist. Das ist auch Rang S. Das ist Rang B. 2,8. Ich weiß nicht, bei einem Dreieck. Das müsste ja eigentlich Mittelmaß sein. Das müsste am besten geben, aber das ist direkt auf S. Ich weiß nicht, bei Dreieck, das müsste ja nicht wirklich viel machen. Eigentlich wäre das hier eigentlich am besten noch. Aber ich guck mal, bei Dreieck. Ja. War klar. So, deswegen. Da muss man halt doch Kreis gucken. Aber... 3 auf S. 13. 6. Jaja, ich muss jetzt die anderen Gebäude... kaufen. Okay. Starten. Das hat halt... Yakuza Like a Dragon Vibe. Aber ich glaube, in... ...den anderen... ...Fortsetzungern gibt's halt auch so... ...so Sachen mit einem Imperium aufbauen. Finde ich gar nicht mal so uninteressant, wenn man sowas kann. Wenn man so sein Imperium bisschen größer und größer... ...aufbauen kann. So. Dann gucken wir mal. Da war eins für 10,8. So. Dann gucken wir mal. Da war eins für 10,8. Das hier. 10,8. Das kaufen wir. 5%. Ja. Mhm. Äh... Jetzt haben wir noch... 12 Mille. Ähm... Finden wir bestimmt noch eins, was auch noch so... ...wenig. Also bestimmt nicht. Muss man hier näher rangehen. Also natürlich eigentlich so teurer, je besser. Aber ich würde halt gerne die... ...Bowlinghalle. Bowlinghalle ist ja hier oben. Ich glaube, es ist noch zu früh. Ah, da steht halt nicht überall immer dieses Look. Warte. Warte. Warte bestimmt noch für 12 Mille... ...im Gebäude zu holen. Muss einfach hier die ganz kleinen... ...Geschäfte hier so ein bisschen abgeben. Und das kann man halt noch nicht kaufen. Das ist halt doch riesig. Was man das überhaupt kaufen kann. Aber ich denke schon. So kleine Geschäfte wahrscheinlich nicht. Aber so... ...beeinzelt kleine Geschäfte. Man sollte nur genauer schauen, wo die sind. Also gerade hier so... ...Lädern... ...oder... ...hier da hinten geht's nicht weiter. Das ist das Rocket-Ding. ...hier da hinten. Ja? 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 Na, vielleicht bekomme ich Tellerchen raus. Oder auch nicht. Oh, oh. Also das kann ich nicht alle oder nur gewisse Nachbarorte. Okay, da ist ein merkwürdiger Typ. Aber bestimmt auch hier in dem Viertel, oder? Oh, hier, die Hotelketten. Also wäre doch auch interessant. Ja, man muss halt genauer gucken, wo da halt ein Look dort steht. Ich muss einen anschauen. Sekruji resolvete das Problem. Ja. Aber ich dachte, der kommt dann nicht klar, dann. Aber wir haben mich auch engagiert. Also, ich sehe das. Ich mache, ich sehe das. es zieht ja kaum was ab deswegen mag ich halt eher diesen wrestling stil ist zwar langsamer aber der ist halt effektiv auch nicht ich glaube entweder habe ich noch nicht dieses distrikt der erlaubnis dort irgendwie was zu kaufen geht halt nur da unten gab es noch etwas gell na ich glaube man hat nur noch eine begrenzte art an gebäuden am anfang schon so schnell ich glaube am anfang habe ich noch nicht so viele gebäude die ich halt kaufen kann oder die müssen halt in der nähe sein dann nach und nach verbunden das war ja nur hier irgendwo das sind halt wirklich nicht viele läden okay kann sein dass das das erst geht wenn ich wenn ich ein district irgendwie gekauft habe oder irgendwie eine straße dass sie dann irgendwie erweitert wird nein keine genade Auf geht's! Was ist das ein Melon? 17, 18 war das eine Gebäude, dann gab es da noch eins, also das Pachinko war 18. Ja, Leute, geh doch mal weg. Ach, wenn man überlegt, ey, was das hier später wird, gell? War das nicht Yagamis Büro? Ist das nicht Yagamis Büro? Also später wird das auch hier Yagamis Büro. Was ist das? 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 Oh! Erika! 30! Ok, warum hab ich die nicht gesehen? Hä, die war doch direkt hinter dem Ibizopon. Laufen. Aber halt nicht viel, 10.000. Und mehr Rubinenteller. Ich weiß nicht, ob man hier was kaufen kann. Ich glaube jetzt noch nicht. Aber hier war ja was. Ähm. Hm? Da. Das waren ja nur so zwei Sachen. Dann kommen wir mal an. Oh, 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 oh. Dämoni! 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 Da kann man hier erstmal den Müll hin entsorgen. 18,4 Ah, da brauche ich noch ein bisschen Aber da war ja noch ein anderes 18,4 Und da gab es dann noch irgendwas Da habe ich das schon gekauft Nee, das habe ich ja schon gekauft Aber war noch eins Ähm Oh Ah ja, das war es 12 50% So, dann gehe ich mal hier in den Laden rein Also gerade diese Fortune-Tellerin Mit 28 Millionen zu bezahlen Oh, die könnte direkt glaube ich Auf Rang S Die Sachen machen Mal gucken, ob wir jetzt was haben Mirosama, wie ist das? Mirosama, wie ist das? Showtime! Ich bin Dolce Kamiaro Dolce Kamiaro Dolce Kamiaro Dolce Kamiaro Ohagaki Dolce Ich bin Dolce Kamiaro Das ist abhängig Man kann ja immer das Gleiche schreiben, oder? Nee Das ist weg, das andere Hä? Hä? Komm mal, Bio-Girl weil du tust nicht lesen ach man wieso darf ich das nicht lesen ich denke vertraue dich ob es da nur eine richtige gibt davon sehr glücksabhängig hinterher ist wahrscheinlich nur eine richtig 20 millionen wenn du mir mal 80 prozent so okay hier sind jetzt die gebäude die habe ich ok 80 2 millionen 7 millionen dann wäre direkt auf S glaube ich oder ok auf B aber schon sehr sehr weit so 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 Ok die anderen sind alle Zwei Sterne. Problem Solving. Wieso denn der jetzt? Zwei Sterne noch? Das Problem nicht behoben habe? Zwei Sterne ist nicht schön. Aber die gehen dann auch höher wieder oder nicht? Die Sicherheit. Ja. Leben Solving. Geht das höher? Man hat aber nicht so viele Manager. Gehalts. Er hatte mal fünf Sterne gehabt. Trouble. Der Problem ist, dass die Collection Quartier frees. Sie werden unabhängig. Die Collection Quartier werden. Die Collection Quartier werden. Die Collection Quartier werden. Wer den Problem macht. Ah, okay, okay, okay. Aber den Quartier kann ich nicht sehen. Der ein Problem macht. Okay, ja, das war mein Problem dann. Und das wäre es gut. Dann haben wir uns hierher. Ach, du hast ihn nicht mehr. Der Herr. Tja. Herr. 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 Mh, alle hängen. Der Falle sein. Alter, das werden wir sehen. Leisure King. Brauch über. Okay, erstmal vorher speichern. Stimmt, ich muss also bei den Security das Problem vorher lösen. Dann die Sterne. Muss ja irgendwo in der Nähe von den Gebäuden dann sein. Wenn das auftritt. Dann geht's. Okay. Okay. Alright. dann war ok Atex, Coul, Gerset, Setting Center, Jung, Vincent, Erodi, Video. Das ist Heroin Karaoke Bar. Ist damit gemeint? Da ist eine andere damit gemeint. Das ist eine andere damit gemeint. Das ist ja nicht mehr Heroin, Karaoke, boah. Ja. Ja. Oh, 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 oh. Ja. Hä, du kreist dich einfach so an. Der Gegner müsste öfters kommen. Einmal mal acht Millionen gedroppt. Bin ich ready? Ja, ich bin ready. Okay, das ist das. Dann machen wir das noch. Bitte kein Gesang-Battle. Du bist also ein Leisure-Kin. Hehehe. Nein. Ah! Ah! Five-Bellings. Passage. Oh nein. Nein. Hehehe. Wenn ich einen tollen Mensch verliere. Wieso singen? Lass uns kämpfen. Hm. Hm. Ah! Hm. Ja. Ja. To the scale of... Is that not? To let down this... Whatever... More points wins. Wahnsinn. Wer mehr Punkte macht. Ja, super. Der Gegner hat auch mehr. Hehehe. Hehehe. Weißer, ey. Ja. Hehehe. 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 Ja, ja. Singen. Das weiß er sehr gut. Wenn er unter 70 macht, ist es gut. Und... Bitte unter 70. Unter 75. Noch super besser. Hehehe. 80 Punkte. Okay, okay. 80 Punkte. Oh. Jetzt kommt es auf den Song an. höher als 80 Punkte. 10%. Sing your heart. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mehr als 80 Punkte. Highscore 95. Ja, dann... Ist hier der Song. Hier ist der Song, ey. 95 hab ich geschafft. Wenn es so 80 Punkte ist, dann... ...zuschaffen. Immer wieder lachen. Inno no rize... ...sah. Dake idiots. Dake die doch... ...kantanには... ...TEL... ...Wa I fulra nai zé... ...Iesu ma nini... ...na vi so bire da... ...Iesu ma nini... ...na vi so bire da... Was? 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 Ich hab's nicht mehr verletzt, ich hab's nicht mehr verletzt. Ich hab's nicht mehr verletzt, ich hab's nicht mehr verletzt. Ich hab's nicht mehr verletzt, ich hab's nicht mehr verletzt. Mann! Ja, dann müsst ihr trotzdem auch noch ... Ja, 7 oder so. Passt. Ja. Eieieieiei. 93 oder 95 war das höchste, was ich geschafft hab dort. Ob's auch mehr als eher. Hm. Nani? Und ich wissen, wie ... ... wie schwer der Song ist auf superschwer. ... 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 Oh der schläft, der schläft, der schläft... ... ... Ich geh nur kurz kacken. Ok. Sei dir gegönnt. Ich weiß nicht, wieviel ich irgendeinem Schlaf abziehen kann... 162 Millionen! 1.000? Wieviel Male muss man das dann machen, ey? Das ist halt zu wenig. Ich würde ihn gerne eine Million abziehen, dann wäre es noch besser. War doch einfach gegen 0 Uhr das Internet weg. Bis? Bei dir? Echt? Na, sie ist nervig. Aber hast nicht so viel verpasst. Nur einen Karaoke-Kampf, den ich gewinnen musste, um halt 10% meine Firma gedöhnt zu erhalten. Wieviel kann man dann klauen, wenn der schläft? Man klaut halt immer 1.000. Das dauert halt zu lange. Gut, wenn der schläft, dann schläft der halt. Gut. Gut 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 3 millionen uns gehabt acht millionen laut störungsbericht warnungsarbeiten auch der handy empfangen ging nicht okay aber vodafone oder dann hätte es verstehen können wäre es nämlich so wie bei mir öfters wenn das vodafone wäre es ist nicht mehr so häufig wie das vor einem jahr noch war ich bin ein tausend dancefeber oh warte mal ich kann auch hier unten noch so 18 mülle 18 mülle gab es noch das pachinko da da Oh, okay,するね. Power up. 1,3 Das können wir die aber noch sehen bis alle Lampen wieder da waren Oh ok, ja immerhin Hat ihn ja da noch Game Da noch hier irgendein Pachinko Oh, Gegner Oh Nicht ganz weg, aber extrem eingeschränkt. Okay, ja, das ist dann ... Dann hast du den laggy Dierky gesehen, dass er gelaggt hat. Dierky war dann sehr eingeschränkt. Oh, Zapgun. Uh, Elektroschuss und hohe Reichweite. Okay. Okay. Na? Hm. Eine Ahnung, wie ich genehmig bin und immer triggere. Was die Voraussetzung ist. Hoi! Ah! Das VOD auf 160, da ging es noch, aber habe kaum was gesehen. Ja gut, ist ja klar, das ist dann alles verpixelt. Ich kenne das, weil ich habe ... Ich habe lange auf Handy Streams damals verfolgt. Ein gutes Jahr lang. Und das auf 160, 240. So. Bis maximal 360. Weil sonst ja mobile Daten und alles. Das war ... Da war jeder Streamer oder Streamerin leicht verpixelt, aber ich gehe ja auf Pixel. Von daher hast du halt ... Alles verpixelt gesehen und schwammig. Als ob ich Playstation 1 Spiele spiele. Oder Playstation 2. Habe ich lange Zeit auch mitgemacht. Das ist ... Es geht auf die Augen. Aber besser als gar nichts sehen können, wenn der Ton zu hören ist. Ja, ja, ja. Aber du kannst ja auch alles einstellen. Also in den Einstellungen kannst du ja auch einstellen, nur Audio, dass halt kein Bild ist. Oder nur Chat zu sehen. Also, glaube ich, über Handy kann man halt auch so Sachen einstellen. Aber ich habe halt immer, wenn Internet bei mir so richtig gedrosselt war, einfach Einstellungen gemacht oder so. Ja. Auf 160 oder 320 oder so. Was halt geht. Oder 240. Da hast du zwar einen ganz komischen, gematschten Deerkey, aber du konntest halt wirklich dann noch hören. Miracle in Mayara. Ja. Aber nicht mal jung, oder? Aber nicht mal jung, oder? Ja. Äh. Hier war nämlich eine Pachinko-Halle. Oder war das hier? bzw. Hier habe ich die schon? Ja, jung. Ist denn hier die? Ah, die habe ich schon. Hm, wo war das andere? War das, glaube ich, hier? Nee. Ah, hier war die irgendwo. Warte. Nicht dort. Hier. 13. 14. 1,4. Profit. 75%. Pleasure King Area. Lass ihn in Ruhe. Ich komm für Hilfe. Wie früher mit der alten Satellitenschüssel aufregen, was heute gar nicht geht. Ja, ja. Bild war am Wackeln, aber das Bild war auch da. Ja. Ja, man ist uns das auch eher gewohnt. Also, ich hab mich da dran am Handy gewöhnt. Hat zwar irgendwo weh, die Augen. Aber was will man machen? Man will ja den Stream trotzdem verfolgen. Wenn man den nicht auf dem... ...Fernseher so sehen konnte. So, das haben wir jetzt auch gekauft. Das ist jetzt ein Nebengebäude davon gewesen. Hm. Das heißt, irgendwo hier kann man noch mehr Sachen kaufen. Vielleicht ne Wäscherei. Dann kann ich Geldwäsche betreiben. Wenn wir gucken, ob man hier noch mehr an der Straße laufen kann. Bei dem hab ich alles schon gegessen und getrunken. Ich glaube, hier bei dem Gebäude... Uh, da wollte ich jetzt gar nicht rein. Huch. Aber irgendwann war es gar nicht mehr da. Euch da kriegen zum Beispiel. Ja, ja. Ja, sowas kenn ich auch noch. Oh. Hier, ich geh jetzt einfach nur in den Geschäfte rein. Sushi-Gin. Acquired Sushi-Gin. Ach, ich muss auf jeden Fall die einzelnen Läden auch rein. Seamaster. Angel? Oder? Da hab ich schon alles. Hab ich schon alles. Ach, die Musik in dem Spiel. In so einem Wohnmobil auch so. Dort muss die Schüssel auch immer wieder neu ausgerichtet werden. Ja, die Schüssel. Ja, ja, ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also zum Glück hatten wir keine Schüssel gehabt. Wir waren immer Kabelmännchen. Die Schüssel fand ich manchmal dann zerstörend und keine Ahnung. Oder Programmvielfalt oder so, ja. Was ist das Gleiche? Was ist das Gleiche? Soll man hier irgendwas kaufen kann oder hier irgendwo reingehen kann? Ähm. Trunkyard? Warte mal, ist das die Quest? Warte mal, ist das die Quest? Ja. Aber... Aber... Okay. Okay, weil er ja in der Nähe dort davon ist. Okay. 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 Und dann kommt der Seite auf "'Cove' mehr. Hier. Du bist ." Dann kommt der Seite auf mir. Dann kommt der Seite auf mir. Ich komme mal kurz hier rein. Okay, ich muss also auch in den verschiedensten Läden rein. Da habe ich ja auch Freundschaften beschlossen. Dann kann ich auch Anteile davon auch aufkaufen. Okay, das heißt Läden abklappern. Sushi, Gin. Kaffee, Els. Erzeugung! Kaffee, Els. Was ist das hier? Ich glaube nicht, dass man das aufkaufen kann. Wie denke ich, hier ist Führersprechen. Da hatten die noch keinen Hinterausgang gehabt, die Kaffee-Alps. Ja, das ist viel, viel später. Ich kann auf den Tisch gucken. Kann ich mal hier weiter reingehen? Okay, Kaffee-Alps. Nee, die wollen nicht. Die sind nicht käuflich. Ich glaube, noch so eine oder andere Ketten die mir geholfen haben. Nö, der will auch nicht. Hab ich denn alles gegessen. Ich müsste alles trinken bei dem. Die Säge. Hab ich so einen Sägerladen einnehmen kann. Oh, warte. Da war ein gröser Bube in gelb. Huch. Ich wollte doch... Nicht die Frau belästigen. Einmischen. Huch. You two. Bono? Nein, ihr zwei. Eine wehrlose Frau anzugreifen. Huch. Der will doch in den Hintern. Ja, ja, ja. Mann Wo mehr Steh auf Ich wollte nur einmal austesten Elektrogeschoss Hier Ja Diese Zeit habe ich noch Will bestimmt was von mir Die Musik Habe ich Jadiko Kuhn oder Grandia Spiele Huh Sieht aber geil aus als so, oder? So, oder was? Was soll schon passieren? Was? 1,5 Millionen? 1,5 Millionen? 1,5 Millionen? 1,5 Millionen? Was? Was ist denn das für Wasser? Wer bezahlt dann eine Million für Wasser? Das muss ja was ganz besonderes sein. Wenn ich das hier eine Million nicht gehabt hätte. Ich habe ja die Millionen. Eigentlich ist das Nein richtig, aber ich will mal gucken. Eigentlich würde die sagen also bei Nein oder so. Ah, okay, dann so und so und so. Wird wahrscheinlich auch irgendwas getriggert bei Nein. Du hast gesagt, ach, bitte. Warum macht das denn das? Was ist denn das? Ja, das ist Schneeballsystem, oder? Ich erinnert mich jetzt auch an King of Queens mit dem Wasser kaufen. Ach so, das ist ein ganz normales Leitungswasser. Warum habe ich das Ja gesagt? Aber vielleicht hilft die in der Firma? Naja, wie gewonnen so zerwonnen. Smile Burger. Ich muss nur eigentlich in jeden Essensladen reingehen. Smile Burger. Bei einigen war ich ja befreundet. Bei einigen war ich ja befreundet. Resmile. Das ist wichtig. Für hier. Ah, da habe ich schon alles. Ein Smile Shake. Natürlich esse ich den Shake. Danke. Für ihn knusprig. Smile Burger. Das habe ich schon alles gekauft gehabt. Schwieriger wird es halt bei den Läden, wo man Alkohol trinken muss. Kutschie Zoro. Kutschie Zoro. Danke. Ah, schade. Hätte ja sein können, dass da auch was triggert. Aber eigentlich nur bei... ...räumen. ...haha. ...haha. Das muss es auf den Gemüter kommen. Oho. Das ist meinstig. Dass du siehst. Der滾 da ist nicht. Oho. Der滾 da ist. Oho. Der滾 da ist. zu trinken ja habe ich schon da ist noch ein auswürfe zeichen sind die beiden im ding beide kommen jetzt heute morgen also doch bis 2 nö wir haben ja erst 1 uhr machen noch ein bisschen hier und dann ist feierabend ja wasser wir haben ja morgen von 17 2 dann je nachdem ich muss mich erst mal wieder dann gewöhnen und eigentlich erst mal wieder fit werden also ganz ohne stream in einer woche ist halt ein bisschen schwierig so für mich sonst hätte ich mir irgendwas einfallen lassen oder so sachen auf youtube hochzuladen hier so ich bin trotzdem länger da als angesagt und ich hab gewöhnt es ja bis ein ein es ist so die mal daumen ein uhr so angesagt oder habe ich gesagt bis in der mittel nicht mehr schmied seit ein uhr ungefähr kann auch noch passieren Das ist äh, normal. Oh, neuer Bitterklip. Genau, wie sagt sie? Okay. Lass mich erst mal auszahlen. 25. Oh Gott. Uh. 80%. Und? Ah. Blanca. Und? Dann A. Dann A. Blanca. Dann C. Okay. Haben wir irgendwo was vergessen? Nö. Oh, ein Stern. Das ist kacke. Warte, mach ich mal mit dem. Ein Stern, wie krieg ich das dann bei dem höher? Die Sicherheit. Ja, das ist halt. Schwierig. Da muss ich halt einen anderen engagieren dafür. Und der macht halt auch hier minus vier. Ich würde sagen. Aber der kostet halt jetzt mich sehr, sehr viel. Die Sicherheit. Der 400.000, aber der hat halt vier Sterne. Der ist eigentlich sehr, sehr gut. Aber ich weiß nicht, wie man die Sterne erhöht wieder. Geht irgendwie immer runter. So. So. Und hier gucken. Mal gucken, ob der ist. Schau mal, ob ich bis zu null Uhr streame. Ach so, das habe ich gesagt. Okay. Und dann. Oh, wie schnell vier Stunden rum sind. Bis ein Uhr geht auch noch. Ja. Es ist wie bei Kronk oder so. Heute nur bis zwei. Und dann stehst du da morgens auf und siehst, dass er noch um 12 Uhr früh noch dran ist. Oder um 8 Uhr früh noch dran ist. Alter, aber so bin ich ja nicht. Aber gut. Ich streame auch nicht zweimal die Woche nur oder so. Wenn ich überlege, wie damals die Zeiten bei mir waren. Da war halt wirklich jeder Stream immer so seine 7, 8 Stunden. Immer. Und das habe ich so ein bisschen reduziert. Weil ja, es lohnt sich auch nicht Mittwoch und Donnerstags. Keine Ahnung. Von 16 Uhr bis um 2 Uhr abends zu machen. Keine Ahnung. Ich habe da so ein bisschen reduziert bei einigen Sachen und nur gegen Wochenende so ein bisschen höher gestellt. Und... See you next time. Oder wenn ich halt richtig geguckt darauf habe. Aber das halt... Ja, so Freitag, Samstag ist halt schon eher... ...als jetzt mitten in der Woche. Also... Hat er nicht auch schon bis Mittag 11 Uhr gestreamt? Von 18 Uhr? Ja, 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 ja. Das hat er auch schon gemacht. Da war ich morgens dann dabei und... Ich habe dann auch gesagt so, ja, ähm, mein Lieber. Er so, jojo. Passt schon. Das kann halt passieren, wenn das halt Bock macht. Also... Ich glaube, da war der Funk immer schlimmer. Das ist... Keine Ahnung. Der fing um 18 Uhr an. Und dann war der Stream 14 Uhr zu Ende. Und er so, was? Hä? Was geht denn da ab? Das macht er auch nicht mehr. Das ist... Ja. Kann es halt nicht immer machen. Bei einigen kann halt auch sowas nach hinten losgehen. Also... Oh, Mensch. Wenn ich überlege beim... Beim lieben Heideltraut oder so. Beim Bruder von Pan. Was der an Streamzeit... ...hatte, wenn er GTA-Rollplay macht. Und dann hat er halt, ja... ...bemerkt oder so dort, dass die Beziehung halt auch schon sehr daran nagt. Das kann halt auch nach hinten losgehen manchmal. Aber... Keine Ahnung. Vielleicht wäre ich ja auch so, wenn ich... ...wenn ich ein... ...Character... ...MRP hätte oder so dort und ich... ...und ich fühle es. Und ich hab dann richtig Bock darauf. Dann vergisst man halt wirklich die Zeit und man achtet nicht auf die Uhrzeit. Kann halt sehr schnell passieren. Dann kennst du halt auch einige Kollegen... ...die streamen täglich von... ...Montag bis Sonntag... ...und immer zehn Stunden. Ja, das ist für die völlig normal. Und das könnte ich zum Beispiel nicht, weil ich da irgendwo auch... ...Ruhephasen einbauen möchte. Auch so zum... ...zum runterkommen. Auch mal was anderes... ...machen. Willkommen. Aber das kann halt jeder... ...jeder so machen. Aber ich könnte das halt nicht jeden Tag streamen oder so dort... ...ist schwierig. Weil ich halt auch wirklich... ...im Privaten schon meine Zeit noch... ...für andere Sachen nutzen möchte. Oh ja. Ich will meist auch erst später hier da, wenn... ...alles erledigt ist zuhause. Ja, 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 ja. Ja, wie gesagt... ...das ist halt auch eh ein bisschen schwieriger, wenn du jetzt halt... ...deine Zuschauer... ...größtenteils aus Deutschland eh hast. Ich weiß noch, ob es schon manchmal lohnt... ...bis um fünf Uhr in der Früh noch zu streamen. Da hast du den Großteil der Leute oder so dort, die... ...sind entweder auf dem Weg zur Arbeit... ...oder die sind halt noch in der Haie. Das kann ich halt wirklich hier nicht so wirklich pauschal sagen. Weil ich halt von einem normalen... ...Ding aus gehe. Nur, dass ich halt nicht so zur Primetime so streame. Also, im Normalfall ist ja Primetime 18 Uhr. Und damit halt einfach so normal, ja, 20 Uhr. Außer halt Samstag und Sonntag, da sag ich halt 17 Uhr. Weil... ...wenn man halt auch bisschen mehr Zeit hat. Gerade auch so bei... ...so langen Zeitrollenspielen wie hier oder... ...bei Emotion Sunday. Da werden wir ein bisschen was entdecken. So, ihr Lieben. Ich glaube aber, wir machen morgen hier weiter. War ein sehr, sehr schöner Stream. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß gehabt. Auch wenn er etwas kürzer war als sonst. Aber wie gesagt, morgen ab 17 Uhr geht's dann weiter. Ja, und dann... ...machen wir natürlich noch ein bisschen die Story weiter. Weil die muss ja auch irgendwann vorangehen. Aber wenn ich dann hier sehe, die Completion List. Minigames, Sub-Stories. Da kommt noch einiges auf uns zu. Oh, warte mal. Stopp, stopp, stopp. Warte. Halt, halt, halt. Bevor, bevor, bevor... ...wir haben ja noch ein Video bekommen. Halt, halt, halt. Das, sorry, das muss ich noch angucken mit euch. Von der Managerin von uns. Das Erotik-Video von der Managerin, das muss ich noch angucken mit euch. Das hat mich Zeit bis morgen. Uh, uh, oh. Oh, uh, oh. Oh, 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 oh. Ah, oh, oh. Ah, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich will ja nicht kämpfen mit euch. Oh Mann! Da war noch ein Gegner. Warum hier ein schöner Stream? Ja, ja, ja. Warte, aber wir müssen noch zum Abschluss, wie gesagt, hier, äh, das Erotik-Video gucken. Von unserer Managerin. Das, äh, das geht sonst nicht. Damit kann man schön einschlafen. Oder was auch immer machen, was ihr machen wollt. Ich mache mir gleich was noch zu essen, dann gucke ich vielleicht noch eine Folge oder so. Äh, Stranger Saints weiter. Black and Brot's, yeah, Profits, ready, your collection. Ja, das ist hier. So. Ja, ja, ja. So, die gucken wir uns noch an, bevor wir Eier geben. Ah, Coco Aisu. Wie ist sie denn? Nao Mizuki? War sie das? Nao war das, glaube ich. Ja, das war Nao. Sie ist neu. Okay. Coco Aisu war das nicht. Das war Nao. Ne? Ja. Ich glaube, das war die Managerin. Ja, da sind immer noch viele lockt. Ja, das ist halt, äh, ich muss halt die Telefonquest, die drei machen, um die Mädels freizuschalten. Ähm. Dann das eine Mädel beim Bowling. Und viele von Nebenquesten auch, die noch offen irgendwo sind. Oder die ich halt in der Hauptstory kennenlerne noch. Die ist halt unterschiedlich. Aber ich versuche, so gut es geht, die Mädels dort freizuschalten, die Videos. Wenn es geht. Über mir steht noch was Nettes. Du bist an den Chat auf YouTube. Ach so. Was meinst du? Durch die YouTube. Was dann sowas halt macht. Weil das auf YouTube kommt. Ah. Müsste da nicht die Energie noch ein bisschen schwinden? Also müsste man da nicht HP noch verlieren? So. Dann speichern wir und dann Feierabend. Sehen wir uns morgen, wenn ihr mögt. 17 Uhr wieder. So. Speichere, speichern. Was ist auch hiervon? Ach ja, Kirju. Gute Nacht, Kirju. So. Gute Nacht, Kirju. Kirju muss auch schlafen gehen jetzt. Ihr Lieben, ich bedanke mich natürlich recht herzlich fürs Dabeisein hier auch auf YouTube. Wir sehen uns dann halt im nächsten Part, der dann morgen im Stream absetzlicher sein wird und an dem Verlaufe der Woche auf YouTube ausgestrahlt wird. Das heißt, ciao und bis zum nächsten Part. ein bisschen. Ich bin ich